Ja, hallo und herzlich willkommen zum KSC Steilpass, unserem neuen interaktiven Format. Wir wollten Ihnen und euch, lieben KSC-Fans, liebe KSC-Mitglieder, die Möglichkeit geben, mal wieder direkt Fragen an unsere Verantwortlichen zu stellen. Die Corona-Pandemie macht das in letzter Zeit ja ziemlich schwierig. Ganz abseits vom Stadionbesuch sind auch keine Diskussionsrunden oder öffentliche Termine von uns möglich. Deswegen heute die digitale Ausgabe. Sie konnten sich im Vorfeld anmelden, haben jetzt die Chance, Fragen zu stellen. Dafür einfach gerne die digitale Hand heben. Wir rufen Sie auf und Sie haben die nächsten zwei Stunden Zeit für Ihre Fragen an Holger Sigmund Schulze, Oliver Kreuzer und Michael Becker. Los geht's. Hallo, Manfred Wörle aus Pforzheim. Ich habe eine Frage an den Vorstand. Wie ist der Stand zum Thema Investorensuche? Also ich fühle mich mal als Vorstand angesprochen. Michael, wenn es okay ist, also guten Abend auch von meiner Seite. Herr Wörle, also es ist so, wir haben ja schon kommuniziert, dass diese Investorensuche aufgrund der Möglichkeit, die wir erst seit 2019 haben, nämlich einen strategischen Partner durch einen Aktienverkauf gewinnen zu können, dass wir das sehr methodisch und gründlich machen wollen, weil wir einfach das erstmalig machen, aber dann auch einen Partner beim KSC haben, der auch zum Verein passen muss. Und erstaunlicherweise ist die Rückmeldung von möglichen Interessenten ausgesprochen gut. Das heißt, wir führen einige Gespräche und dabei spielt vor allem der Standort Karlsruhe eine große Rolle, aber natürlich auch der Veränderungsprozess, in dem sich der Fußball befindet, also der Fußball als solcher, aber auch beim KSC, sodass wir vor allem Gesprächspartner haben, die den Fußball als Plattform sehen für ihr eigenes Geschäft. Und das heißt, das sind jetzt nicht verhinderte Fußballmanager, die Geld geben wollen, weil sie eigentlich eine Fußballmannschaft aufstellen wollen, sondern wirklich Unternehmen und institutionelle Partner, die für ihr eigenes Unternehmen, für ihr eigenes Geschäft einen Vorteil sehen, wenn sie den KSC als Plattform haben. Gehen Sie davon aus, dass in den nächsten Monaten es zu einem Ergebnis kommen könnte? Also solche Prognosen sind immer ziemlich schwer und ich will aber auch nicht rumeiern, sondern ich kann so viel dazu sagen, dass wir Gesprächslinien führen, die einen Abschluss und die Präsentation eines ersten strategischen Partner innerhalb der nächsten drei Monate möglich machen. Ob das dann auch wirklich der Fall sein wird, hängt von vielen Faktoren ab, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht so weit weg sind, dass wir uns erstmals erst mal mit Interessenten treffen, sondern da werden konkrete Gespräche geführt und das kann durchaus sein, dass wir innerhalb der nächsten drei Monate jemanden präsentieren können. Okay, prima, danke. Felix Rittler macht weiter. Ja, ich würde gerade mal, also genau Felix Rittler ist mein Name, ich würde gerade nochmal den Blick ein bisschen weiter vorausgehen. Also die finanzielle Situation ist ja weiterhin angespannt und soweit ich weiß, plant der KSC auch erst mit der Vollauslastung vom Stadion im neuen Jahr. Außerdem ist das Stadion eventuell verspätet, hat man es ja auch schon in der Presse ein bisschen gehört. In welcher Größenordnung rechnet man da mit einer Entspannung in der Saison 2022-23? Vielleicht die Frage an Herrn Becker. Ja, ist natürlich momentan schwer planbar. Man kann natürlich nur mit Annahmen rechnen. Bei uns ist es derzeit so, dass wir quasi so ein Hochfahrszenario bis Anfang 2022 geplant haben, dass die Auslastung langsam ansteigt. Die fängt so bei rund 20 Prozent an. Das ist ja auch so dieser Erfahrungswert, den wir letztes Jahr gesammelt haben zum ersten Heimspiel und dann soll sich das Stück für Stück steigern. Ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, wie so oft in dem Fall Corona. Generell ist ja die Stadionfertigstellung ursprünglich geplant gewesen im Mai 2022, also heute in einem Jahr. Ob das der Fall sein wird, da haben wir jetzt noch nicht genaue Informationen drüber. Wir sind aber planungstechnisch darauf vorbereitet, dass wir natürlich auch eine spätere Fertigstellung letztendlich dann bewerkstelligen können. Desto früher, desto besser natürlich. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Aber wir haben uns natürlich durch die Sanierung trotz Corona schon auf finanziell bessere Beine gestellt. Und ich habe ja eben bereits gesagt, dass es auch in einer Corona-Saison jetzt nicht nötig war, dass irgendwelche private Gönner noch was ausgleichen mussten. In der nächsten Saison muss man jetzt ablaufen, wie Corona da weiterhin abläuft. Aber das ist natürlich generell, glaube ich, eine Profifußballgeschichte. Sollte Corona den Fußball in der nächsten Saison noch wirklich lange, lange beeinträchtigen? Und ich glaube, dann wird es generell für alle Vereine der ersten drei Ligen durchaus sehr schwierig. Aber davon gehen wir jetzt momentan nicht aus. Deswegen, glaube ich, können wir da schon mit einer Entspannung rechnen. Wir planen letztendlich in der Gesamtplanung die nächsten fünf Jahre und mit gewissen Annahmen. Und das ist auch so letztendlich angestellt, dass wir das Ganze finanzieren können. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig die größte Herausforderung für uns in dieser Zeit sind die Investitionen, die ins Stadion geleistet werden müssen, zusätzlich. Also rein vom operativen Geschäftsbetrieb, da sind wir sehr gut aufgestellt mittlerweile. Aber es geht eben darum, diese Investitionen in Stadion zu tätigen. Und das ist natürlich in der Phase, wo ich gerade sieben Millionen verliere und auf der anderen Seite zehn Millionen investieren soll. Natürlich nicht so einfach, aber auch da arbeiten wir an Lösungen. Das kann ein Investor sein. Das können aber auch andere Fremdkapitalgeber sein, die eben dann agieren. Okay, danke schön. Frage beantwortet. Und dann machen wir weiter mit Carsten Meier. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage und zwar beim Businessabend im Januar wurde ja angekündigt, dass ein neuer Sponsor, ein größerer Sponsor einsteigen soll. Und das Ganze irgendwie mit einer besonderen Aktion präsentiert werden soll. Wie ist denn hier der Stand? Ja, ich darf natürlich noch nicht so viel verraten, was da genau kommt. Ich glaube, Sie können sich aber sicher sein, dass in der, ich muss mal gucken, bis zum offiziellen Start der neuen Saison, das wäre ja der erste Siebte, sagen wir mal so in den nächsten sechs, sieben Wochen, das ein oder andere noch passiert. Also da gerne unsere Medien verfolgen. Viel mehr darf ich leider noch nicht dazu sagen, aber es sieht ganz gut aus und vielleicht ist es auch nicht nur ein Partner. Okay, vielen Dank. Der nächste in der Reihe ist Daffi, vorhin auch schon die echte Hand gehoben, jetzt die digitale, gerne Ton an und loslegen. Meine Frage wäre einmal an den Präsidenten vom e.V. Vielleicht können Sie ein paar Worte über das Crowdfunding vom e.V. verlieren. Wo besteht der Finanzierungsbedarf und was sind die Ziele mit dem eingesammelten Geld? Also zunächst mal ist es eine sehr gute Frage, weil man da nochmal herausstellen muss, was wir eigentlich damit bezweckt haben. Also es ist aus unserer Sicht nicht so angekommen, wie wir uns das gewünscht haben, weil der KSC ja meist noch als Ganzes wahrgenommen wird und nicht vor allem eben als Profi-Fußballverein. Und der e.V. mit seinen anderen Sparten nicht differenziert wahrgenommen wird. Das ist aber seit der Ausgliederung des Profi-Bereichs und der U17 und 19, die KGA, der Fall. Das bedeutet, dass sich der e.V. mit seinen anderen Sparten, das ist eben Frauenfußball, das ist die Amateurherrenmannschaft und Dart etc., das, was wir noch haben, sich selbst finanzieren muss. Und das muss man getrennt sehen. Viele, die überlegt haben, ob sie an diesem Crowdfunding teilnehmen, haben gesagt, naja, wir spenden doch jetzt nicht Profi-Fußballern, da gibt es doch quasi welche, denen es wesentlich schlechter geht. Und in der Tat ist das auch der Fall, nämlich, dass es unseren Amateursportbereich deutlich schlechter geht und die sich teilweise gar nicht mehr finanzieren können, weil einfach bestimmte Quellen der Finanzierung komplett weggebrochen sind. Und das war das Ziel des Crowdfunding. Letztlich hat das nicht funktioniert, weil wir nicht einen Betrag erreicht haben, nämlich einen 50.000 Euro Schwellenwert, den wir hätten erreichen müssen, um das, was wir dann eingenommen haben, auch behalten zu dürfen. Das heißt, das hat nicht geklappt. Und wir sehen es eher so, dass wir die Kommunikation in die Differenzierung Profisport und Amateursport noch weiter fokussieren müssen, sodass es entweder das nächste Mal klappt beziehungsweise, dass insgesamt für den KSC e.V. eine höhere Wahrnehmung erfolgt, die dann auch eine bessere Finanzierung ermöglicht. Okay, Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Maurice Roller. Ja, guten Abend auch von mir. Ich habe eine Frage an den Herrn Becker, und zwar geht es um den neuen Hauptsponsor, der ja schon vor so einiger Zeit präsentiert wurde mit der CG-Gruppe. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob unser langjähriger Partner oder unser treuer Partner Kleiber uns nach wie vor erhalten bleibt und ob die CG-Gruppe gemäß dem damaligen Interview von Herrn Gröner tatsächlich so eine signifikante Steigerung darstellt. Ja, also vielen Dank für die Frage. Zunächst mal vielleicht klarstellen, dass von unserer Seite noch kein neuer Hauptsponsor für die neue Saison präsentiert oder vorgestellt wurde. Es gibt natürlich gewisse Gerüchte in den Medien, aber da ist jetzt noch keine Verlaubbarung von uns Erfolg, keine offizielle. Sollte sich da konkret was ändern dran oder konkrete Tatsachen ergeben, würden die natürlich auch vor der neuen Saison kommuniziert werden. Ein klares Ziel ist jedenfalls aber, dass wir mit beiden Partnern auch in die nächste Saison gehen wollen und ich denke, das sieht es auch ganz gut aus. Frage beantwortet, dann ist Jürgen Ringwald in der Reihe. Ja, guten Abend zusammen, hallo an die Runde. Erstmal allerherzliche Glückwünsche an das Erreichen des Saisonziels, des zweiten Saisonziels ebenso mit über 50 Punkte. War eine klasse Saison. Man hat absolut richtig gut mitfiebern können, war echt klasse. Herzlichen Glückwunsch dazu. Meine Frage hat eigentlich mein Vorredner oder mein Vorvorredner schon gestellt, nämlich der David. Da ging es auch um das Crowdfunding. Ich fand es sehr, sehr schade, dass genau ausgerechnet ein KSC e.V., der ja Geld braucht, und zwar jeden Cent wahrscheinlich, ausgerechnet da eine Spende, in Anführungszeichen, eine Crowdfunding-Spende letztendlich doch wieder zurückkommt, weil ein gewisses Quorum nicht erreicht wurde. Hätte man das nicht auch über einen Aufruf zu einer Spende machen können, hat man da unbedingt ein Quorum von 50.000 Euro reinfügen müssen. Und wenn das so war, vielleicht, ja, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, müssen wir das beim nächsten Mal besser kommunizieren und einfach besser machen. Michael, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, also ergänze ich gerne. Ich bin ja auch noch Geschäftsführer im e.V., deswegen kann ich dazu natürlich auch gerne was sagen. Es ist so, dass wir natürlich erst mal ein bisschen Erfahrungen sammeln müssen, wie dieser ideelle e.V. so agiert und was man mit dem erreichen kann. Wir haben dann länger hier diskutiert oder uns ausgetauscht, welches Ziel gesetzt wird und haben uns dann für die 50.000 entschieden. Jetzt im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich in dieser Phase aktuell ein bisschen zu hoch gestecktes Ziel. Es gibt aber natürlich immer die Möglichkeiten, dass man eine Spende an den e.V. richten kann. Da sind ja auch auf der Webseite dann Informationen dazu. Man bekommt dann auch eine Spendebescheinigung und man kann auch dazu schreiben, welche Abteilung das bekommen soll. Dann kriegt es auch die entsprechende Abteilung. Zukünftig möchten wir auch wieder solche Aktionen machen, würden dann aber natürlich die Summen etwas runter korrigieren. Aber da gab es schlicht und weg noch keine Erfahrungswerte, auch von anderen Vereinen. Und deswegen war es im Nachhinein betrachtet ein Tick zu hoch. Aber so war eben dann die Bedingung und deswegen wurde es zurück überwiesen. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem über jede Spende, die dann an den ideellen Verein dann auch geht und dort zielgerichtet eingesetzt wird. Da vielleicht auch nochmal, es ist vertraglich da auch ganz geregelt, dass Spenden, die im e.V. ankommen, auch im e.V. verarbeitet werden. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie die KGA gegensubventioniert wird oder sonst was, sondern dieses Geld wird dann eingesetzt für die ideellen Abteilungen, für den ideellen e.V. Und wie gesagt, man kann auch wirklich eine Abteilung gezielt fördern, indem man halt den Namen der Abteilung dann nennt und dann wird es quasi auch das Budget der Abteilung dann aufgesetzt. Ja, genau so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann logischerweise im Nachträglich auch noch eine Spende gemacht. Aber wie gesagt, mich hat es nur ein bisschen geärgert, dass aufgrund von diesem Quorum, was nicht der Reich vorerst hat, und das Geld letztendlich an alle anderen wieder zurücküberwiesen, an alle anderen, an alle zurücküberwiesen werden müssen, was dann doch ein herrheblicher Verwaltungsaufwand ist. Okay, das war es schon. Vielen Dank. Wolfgang Wagener ist der Nächste. Ja, schönen guten Abend und auch von mir herzlichen Glückwunsch an eine erfolgreiche Saison. Hat wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen, die Spiele anzuschauen dieses Jahr. Und jetzt muss man natürlich sagen, die Mannschaft hat auch wirklich überrascht. Und wie möchte man jetzt den Marktwert auch steigern, dieser Mannschaft? Wir liegen immer noch im unteren Bereich. Und laut, ja, Aussagen wird ja, oder laut Erfahrung wird ja immer wieder gesagt, dass nach fünf Jahren diese Tabelle auch nicht lügt. Ja, also die Spitzenmannschaften, die liegen alles über einem Marktwert über 20 Millionen. Wir noch bei circa 14. Und ja, gibt es da auch eine Strategie, wie man den Marktwert der Mannschaft steigern kann? Und anders gefragt, welche Umsatzziele verfolgt der KSD in den nächsten drei bis fünf Jahren? Da gab es jetzt einen Bericht in der Sportbild von Dynamo Dresden über einen Fünfjahresplan zu Wellenreuter-Zeiten. Hatte man sowas vom KSD auch mal gehört, dass man so in zwei bis drei Jahren in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitspielen möchte? Gibt es diese noch? Und ja, und welche Umsatzziele hat man da in den nächsten vier bis fünf Jahren? Herr Grossmann, vielleicht zur Strategie Ihrer Marktwertanalyse. Also am ehesten steigern Sie natürlich die Transferwerte oder die Marktwerte der Spieler durch den sportlichen Erfolg. Das ist ganz klar. Und bei uns geht es ja auch darum, Sie wissen auch, dass wir, ich sage mal, den KSC neu ein bisschen in eine andere Spur führen wollen. Das heißt, wir haben für selbst ein sportliches Konzept auferlegt, dass wir eigentlich eine sehr enge Verzahnung zwischen dem NMZ und unserer Profimannschaft haben wollen. Und wir wollen auch verstärkt in naher Zukunft immer wieder auf unsere eigenen Talente setzen. Und wenn wir da mit diesem Weg Erfolg haben, dann glaube ich schon, dass allein dadurch schon, auch wenn wir weiterhin in der Liga eine gute Platzierung einnehmen, dass sich automatisch dann auch die Marktwerte unserer Spieler steigern. Also es kann nur über den Weg des Erfolges gehen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Das heißt, wenn ein Spieler außergewöhnlich performt, auch da wird eine Marktwertsteigerung möglich sein. Aber am ehesten geht es natürlich über eine gesamtheitliche Entwicklung im Verein und auch über einen gesamtheitlichen Erfolg. Zu den Umsatzzahlen, Michael, oder Umsatzsteigerungen, glaube ich, da bist du wieder gefragt. Ja, also es ist natürlich so, dass wir, hatte ich ja einleitend eben auch mal gesagt, natürlich einen Fünfjahresplan aufgestellt haben, der dann immer dauernd aktualisiert wird auch. Wir haben natürlich momentan ein paar Unwägbarkeiten, was insbesondere das Stadion angeht, weil sie natürlich nicht derzeit mehr, natürlich nicht genau planen können, wann das Stadion voll einsatzfähig ist und wann auch die erste Saison ist, wann das Stadion voll einsatzfähig ist. Ich glaube, wenn man das von den Umsatzzahlen sieht und auch vom sportlichen Bereich natürlich dann, es geht ganz klar darum, uns in der zweiten Liga zu etablieren. Wenn man das rein von der wirtschaftlichen Seite mal betrachtet, ist da insbesondere die Fünfjahreswertung relevant von den TV-Geldern hier. Und diese fünf Jahre, da gilt es halt auch dann Punkte zu sammeln. Da wird ja immer der Platz, den Tabellenplatz, den man erreicht hat, mit einer gewissen Zahl multipliziert. Also den, was man von fünf Jahren erreicht hat, wird mit eins multipliziert. Den, was man vor vier Jahren hat, mit zwei. Und so geht es dann natürlich, wird es erhöht. Und da ist es natürlich so, dass wir natürlich, wenn ich die letzten fünf Jahre nehme, mit Ausnahme von diesem Jahr, wo wir natürlich super performt haben, das uns auch natürlich dann auf Dauer weiterhilft. In dem Vorjahr mit Platz 15 natürlich keine großen Punkte geholt haben. Dann hatten wir drei Drittliga-Jahre zuvor, haben wir gar keine Punkte geholt. Und dann haben wir ein Jahr gehabt, wo wir letzter waren, haben wir auch nichts geholt. Also das stellt uns natürlich wirtschaftlich extrem viel schlechter und fordert uns natürlich auch raus in der kommenden Saison. Aber generell geht es für uns natürlich darum, auch unsere Umsätze außerhalb der TV-Gelder stark zu erhöhen. Das machen wir schon im Sponsoring oder im Merchandising. Da haben wir ja immer in den Mitgliederversammlungen mal die Zahlen ein bisschen genannt. Der Anstieg ist weiterhin massiv groß. Wenn alles glatt läuft, wären wir vielleicht sogar siebenstellig im Merchandising-Bereich. Zum Beispiel, wo wir vor vier, fünf Jahren vielleicht beim Drittel oder der Hälfte waren. Also das sind wir dran. Es ist aber auch klar, dass der ganz große Schritt natürlich erst kommt, wenn wir eine volle Saison im neuen Stadion spielen können. Und das ist natürlich noch nicht so ganz absehbar, wann das genau ist. Deswegen kann man immer nur mit Annahmen rechnen. Und dann ist natürlich die finanzielle Situation eine ganz andere. Und es führt natürlich auch dazu, dass man mehr Möglichkeiten hat, um dann eben in Folge auch die Wahrscheinlichkeit für einen sportlichen Erfolg zu erhöhen. Aber eine Garantie gibt ihnen natürlich nie jemand. Also es gibt ja jetzt auch dieses Jahr wieder diverse Beispiele, dass natürlich ein gutes Beispiel vielleicht der Verein, der jetzt ja schon dreimal nicht aufgestiegen ist, der momentan ein Etat von fast 30 Millionen hat die letzten drei Jahre. Das ist jetzt auch keine Garantie, dass ich aufsteige. Ich glaube, wichtig ist, dass man das wirtschaftlich nachhaltig macht und kein Casino spielt. Das ist auch nicht unser Weg, sondern das einfach über Jahre aufbaut. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon gute Chancen, die Wahrscheinlichkeit da massiv zu erhöhen. Aber wir werden jetzt keine Harakiri-Aktion machen die nächsten Jahre, um irgendwas zu erzwingen. Ja, dankeschön für die ausführliche Antwort. Dann machen wir weiter mit Michael Grossmann. Ja, hallo zusammen auch von mir in die Runde. Ich habe sogar zwei Fragen, die ich mir erlaube zu stellen. Zum einen, Michael, bezüglich der TV-Gelder war zu lesen, dass Platz sechs aufgrund dem Verbleib von Sandhausen in der Liga jetzt gar nicht mehr so viel bringt. Kann man da irgendwie was beziffern? Also was wäre jetzt der Unterschied gewesen zwischen sechs und zehn? Und an den Herrn Kreuzer die Frage, gibt es was Neues in der Personalie Purié? Wir fangen an. Ja, ich kann anfangen. Das TV-Geld-Thema zuerst. Also wir haben noch immer nicht die abschließende Tabelle der TV-Gelder. Das richtet sich jetzt noch nach den Relegationsspielen, die ja jetzt dann sind bis Anfang nächster Woche. Dann können wir das exakt durchkalkulieren. Wir können da schon ein bisschen mit Annahmen rechnen. Es ist aber so, dass nicht immer der einzelne Platz entscheidend ist, sondern es geht in der Fünfjahreswertung ja um eine Gesamtrangliste der Zweitligisten. Und deswegen kann es auch sein, dass wenn jetzt zum Beispiel, oder es kann sein, das ist so, Dynamo Dresden, die jetzt aufsteigen und nur ein Jahr dritte Liga waren, die überholen uns wieder in diesem 18er-Ranking. Deswegen ist es nicht immer jeder einzelne Platz, der sofort eine Besserstellung bringt, sondern es ist in der Abhängigkeit dieser Gesamtliga, wo ich mich da einsortiere. Und da war jetzt in der Tat dieses Jahr, jetzt kein so ein großer Unterschied mehr, ob wir Siebter, Achter oder Sechster werden. Aber auf Dauer gesehen, über die nächsten fünf Jahre, ist es natürlich schon relevant, weil es da wirklich um jeden einzelnen Punkt geht. Deswegen können wir es aber Stand heute auch noch nicht genau beziffern. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich, wir haben mit 40 Punkten geplant, das ist ja so Platz 14, 15. Und da werden wir natürlich jetzt schon merklich besser gestellt mit Platz sechs, auch in der neuen Saison. Aber wir haben natürlich auch in der aktuellen Saison mehr Ausgaben dagegen, indem ich natürlich mehr Punkteprämien habe. Und das muss ich natürlich gegenrechnen, sodass dann natürlich das nicht eins zu eins umrechenbar ist für die neue Saison. Aber es ist ja eine Nummer, die uns auf Dauer hilft. Und das ist eigentlich das Relevante. Ja, Michel, in der Causa Marvin-Purie kann ich euch nur berichten, dass der Spieler natürlich in unseren Planungen keine Rolle mehr spielt. Das wurde auch schon vor langer Zeit dem Spieler und auch seinem Berater übermittelt. Also er weiß schon sehr lange, woran er ist. Wie genau jetzt seine Zukunft ausschaut, kann ich nicht sagen, ob er jetzt eine Zukunft hat in Kaiserslautern. Was vorzulesen war, tendenziell eher nein. Aber da muss man mal abwarten. Aber nochmal, sein Berater ist da seit längerer Zeit informiert und er wird den Markt fondieren. Aber was Konkretes jetzt, kann ich dir damit auch nicht sagen. Alles klar. Und heute muss er eigentlich zum KSC, zum Trainingsauftakt zurückkehren in vier Wochen. Dann machen wir weiter mit Winnie Mühling. Vielleicht gerade hier eine direkte Anrufsfrage, Herr Kreuzer. Die Rückkehr, was würde das denn dann bedeuten, fachlich? Würden Sie ihn dann akzeptieren zum Training? Muss er, müssen Sie ihn zulassen zum Training? Oder, wenn es einem sagen wird, freigestellt? Wie ist die Opposition? Nein, der Marvin hat hier bei uns einen gültigen Vertrag und den akzeptieren wir auch und müssen wir auch respektieren, ist ja ganz klar. Also, wenn Marvin bis zum 20. Juni beim Trainingsauftakt keinen neuen Verein hat, dann wird er logischerweise bei uns am Mannschaftstraining teilnehmen. Kann natürlich sein, wenn der Spieler den Wunsch äußert, dass er noch gerne eine oder zwei Wochen freigestellt werden würde, um seine Zukunft zu klären. Dem Wunsch würden wir natürlich entsprechen. Aber jetzt formal gesprochen, er hat bei uns einen gültigen Vertrag am 1.7. und deswegen muss er auch zum Trainingsauftakt, sollte sich bis dorthin kein neuer Arbeitgeber finden für ihn, dann muss er auch hier aufschlagen. Wird er auch tun. Okay. Dann sage ich gerade noch eine andere Frage zu der Fünfjahresplanung. Werden die wirtschaftliche Planung gesehen, von der sportlichen Planung, in dem Fünfjahresplan, ich glaube, Bundesliga, Erste Liga, teilen diese Fünfjahresplanung? Ja, wäre schön. Ja, ich kann die Pläne schon machen, aber abnehmen, ist die andere Frage. Ich nehme sie gerne ab, ja. Nein, schauen Sie, also ich bin kein Freund von solchen Zusagen und solchen Plänen. Natürlich sollten wir, glaube ich, schon irgendwann mittelfristig in der Lage sein. Michael Beck hat es vorhin angesprochen. Wir haben natürlich mit dem neuen Stadion ganz andere Einnahmemöglichkeiten. Der Herr Sigmund Schulze hat von einem möglichen Investor gesprochen. Das sind alles Dinge, wenn die mittelfristig in den nächsten zwei bis drei Jahren passieren, dann glaube ich schon, dass der KSC auch seinen Lizenzspieleretat anpassen kann. Wenn das möglich ist, glaube ich schon, dass du dann mal mit um den Aufstieg spielen kannst. Auf der anderen Seite eine Garantie, das sehen Sie, das gibt es eigentlich nicht. Du kannst auch als großer Erstligist, wenn du in dieser Liga spielst, hast du keine Garantie, dass du auch mit einem extrem hohen Etat aufsteigst. Es braucht viel, um aufzusteigen. Aber die Ziele oder die Planung, die sollten schon dahin gehen, dass wenn wir uns jetzt mal hier mit dem neuen Stadion eingelassen haben, wenn vielleicht ein Investor demnächst hier aufschlägt, dass wir dann auch sukzessive an den Lizenzspieleretat gehen und auch da mal in den Bereich kommen, wo wir sagen, mit diesem Etat können wir mal um die Aufstiegsplätze mitspielen. Sehr gut, danke. Freue ich mich drauf. Sehr gerne. Machen wir weiter mit C. Bauer. Hat sie sich via Chat gemeldet, dass die digitale Hand leider nicht funktioniert, war aber in der Reihe. Danke. Dafür funktioniert die manuelle, tatsächliche Hand umso besser. Ich möchte mich zunächst mal auch beim ganzen KSC-Themen für eine ganz tolle Saison bedanken und auch die Einschätzung von Herrn Kreuzer, die ganze Thematik etwas vorsichtig anzugehen und wie man jetzt auch gelesen hat, einfach vor Träumereien zu warnen, einfach mal unterstreichen. Kann ich nur tun. Finde ich ganz toll und richtig und hätte in dem Zusammenhang drei Fragen. Die erste wäre, ist der KSC finanziell in der Lage, für die nächste Saison auch einen Transfer zu tätigen, wo man Ablösesummen bezahlen muss dafür? Und die zweite Frage wäre, wie ist der Stand oder die Planungen bezüglich einer Vertragsverlängerung des Trainerteams? Gut, ich gehe mal auf die Fragen ein. Also bezüglich Strandversummen haben wir nicht budgetiert. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Sie wissen ja, in der heutigen Zeit ist es extrem schwierig, überhaupt gewisse Etats auf die Beine zu stellen. Und wir müssen schon schauen, dass wir überhaupt den Etat, den wir in der vergangenen Saison hatten, dass wir den halten können. Denn wir haben Mindereinnahmen beim TV-Geld. Sie kennen die Problematik, was das Stadion anbelangt. Von daher gesehen sind wir gut beraten, dass wir also jetzt nicht großartige Transfersummen aufrufen. Andere Vereine können das, andere Vereine tun das auch. Wenn ich jetzt lese oder höre, das sind Vereine wie Nürnberg, die auch eigentlich vor nicht allzu langer Zeit auch noch sehr, sehr große finanzielle Schwierigkeiten haben. Wenn so ein Verein jetzt 1,5 Millionen Euro Transfersumme zahlt für ein Spieler aus Kopenhagen, dann frage ich mich schon, wie das funktioniert. Aber da gehen wir wirklich den sicheren Weg, dass wir da jetzt keine Transfersummen diese Saison ausgeben werden. Zur Personalie Trainerteam. Ich glaube, wir wissen alle, jetzt seitdem der Christian Aichner hier Cheftrainer ist, dass er einen wirklich großartigen Job macht mit seinem gesamten Trainerteam. Dazu zähle ich auch Zlatan Bayramovic und auch Florian Böckler oder auch den Markus Miller. Das funktioniert hervorragend. Nach dem Klassenerhalt haben wir jetzt wirklich mit dem Trainerteam eine tolle Saison gespielt. Und klar, Christian hat noch ein Jahr Vertrag und aus unserer Sicht kann der Christian noch Jahre hier arbeiten. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch jetzt in naher Zukunft mal dieses Thema angehen. Das muss jetzt nicht unbedingt die nächsten 14 Tage passieren. Christian ist da auch relativ entspannt. Ich glaube auch, dass der Christian richtig Lust auf den KSC hat. Als ehemaliger KSC-Spieler, er spürt auch, dass hier was Großartiges entsteht. Und ich glaube schon, dass er Lust hat, wenn das Stadion mal fertig ist. Und wir haben da unser Eröffnungsspiel vor 35.000 Zuschauern, dass er schon, glaube ich, der erste Trainer sein will, der da dann als Trainer vorsteht. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß Bescheid, der Christian, der Vertrag läuft aus. Und wir sind alle daran interessiert, den Christian langfristig an den Verein zu binden. Vielen Dank. Sehr gerne. Matthias Becker hat die nächste Frage. Ja, guten Abend auch an alle. Ich habe eine Frage beziehungsweise Anmerkung an den Aktienverkauf. Ja, ich finde es ja gut, wenn es Großinvestoren gibt. Aber ich fand den Aktienverkauf an uns alle Zuschauerfans prima. Ich habe selbst Aktien gekauft. Das war ein, für mich zumindest, weiß ich, wie es anderen ging, relativ komplexer Prozess. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele davon abgehalten wurden, Aktien zu erwerben, aufgrund dieser Komplexität. Frage an Michael Becker oder auch an Sigmund Schulze, ist geplant, A, dass man den Zuschauern, Fans, Mitgliedern nochmal diesen quasi Kleinaktienverkauf ermöglicht und B, das dann so zu gestalten, einfacher zu gestalten, um dieses Potenzial auszunützen, dort noch zusätzlich die Mitglieder und alle zu Aktionären zu machen, zu unserem Verein KSC. Ja, auch vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal wollen wir natürlich so eine breite Streuung in Aktionären wie möglich. Deswegen haben wir ja auch das Modell der KGA gewählt, weil ich dann eben auch über 50 Prozent der Aktien rausgeben kann. Wir bedanken uns natürlich bei den bisher rund 30, ich glaube 34.000 Aktionären, die da zusammengekommen sind gegen Ende letzten Jahres. Ich glaube, dass es, wenn es nicht in der Corona-Zeit gewesen wäre, auch noch ein bisschen mehr gewesen wäre. Prinzipiell haben wir alles so aufgestellt, dass wir auch das in Zukunft nochmal machen können. Schließen das auch nicht aus, weil wir, wie gesagt, eine breite Bandbreite da wollen. Wir würden aber auf jeden Fall jetzt mal die Normalisierung der ganzen Pandemielage da abwarten und dann nochmal neu darüber entscheiden. Das ist vielleicht zu der Frage A. natürlich hätten wir das gerne einfacher gestaltet. Es ist aber so, dass wir hier dem Aktienrecht unterlegen und das Ganze natürlich sehr, sehr komplex ist. Wir sind sowieso der erste Verein überhaupt, der so eine Streuaktie ausgegeben hat zu den Beträgen, also wirklich auf eine Aktie. Es gibt zwar zwei Vereine, die das gemacht haben, aber die sind börsennotiert unter Hachling und Borussia Dortmund. Deswegen ist es nicht vergleichbar. Da geht es dann über einen anderen Weg. Und es ist leider deshalb, gibt es keine andere Möglichkeit, das zu realisieren, wie diesen etwas umständlichen Weg, dass ich halt eben ein Depot auch brauche. Aber das sind einfach die aktienrechtlichen Vorgaben. Und daran müssen wir uns halten. Vielleicht ergibt sich da mal in der Änderung vom Aktienrecht her. Da würde man uns natürlich dann so anpassen. Ansonsten geht es leider nur so, wie es wir jetzt abgewickelt haben. Danke, Zusatzbemerkung. Ich hänge mich nicht am Depot auf, sondern an dem Prozess, bevor die Aktien überhaupt ins Depot eingebucht wurden. Also ich habe ein Depot, aber der gesamte Prozess, die Aktie zu kaufen und dann mit der Signatur auf die Post gehen und so weiter, der war schon recht komplex. Ich kann normale Aktien bei einer Bank direkt erwerben und das ging hier eben nicht. Das war, wie gesagt, sehr komplex. Ja, das sind dann eben halt die börsennotierten Aktien. Da haben Sie recht. Da gibt es einfach andere Systeme, andere rechtlichen Grundlagen, aber auch andere rechtliche Vorgaben für die Gesellschaft, die es ausgibt. Wie gesagt, wir bleiben an dem Thema dran. Sollte es einfacher gehen, dann werden wir es auf jeden Fall einfacher lösen. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, mit der Kooperationsbank das zu lösen. Aber bisher war das nicht rechtlich möglich. Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran. Vielleicht hätte der Sponsor BBB Bank da ja eine griffigere Lösung gehabt. Aber Herr Becker, ich habe verstanden, dass es der Grund ist, weil man nicht börsennotiert ist und dann ist es nicht so einfach. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Ulrich oder Herrn Ulrich. Dazu den Ton bitte anschalten. Ja, guten Abend in die Runde. Mein Name ist Ulrich Falk aus Eberbach, gebürtiger Karlsruher. Ich freue mich riesig über diese furiose Saison. Meinen herzlichen Glückwunsch. Was mir besonders imponiert ist, dass es gelungen ist, diese Marke KSC wieder sehr positiv zu besetzen. Man spürt, da steht eine Philosophie dahinter. Und ich muss lang zurückdenken und bin eigentlich auf eine Ära gestoßen, unter der Verantwortlichkeit als Cheftrainer von Edmund Becker. Ja, und da knüpft auch meine Frage an. Herr Kreuzer, Sie haben ja die sportliche Entwicklungslinie aufgezeigt, auch die strategischen Ziele im sportlichen Bereich. Nun schafft natürlich Aufmerksamkeit, auch Begehrlichkeit auf die, ja, jetzt in den Fokus gerückten Spieler. Wie gedenkt der KSC, seine Spitzenkräfte, in Anführungszeichen, auf dem Feld auch wirklich beim KSC zu halten und da eben Abwerben von anderen Vereinen zu verhindern, sodass man also nach Möglichkeit in den nächsten zwei, drei, vier Jahren doch aus der, aus dem Status Talentschmiede und dann leider Abgabe dieser hoffnungsvollen Talente herauskommt. Gut, erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, es ist ja so, dass wir schon unsere Leistungsträger, ich habe es eingangs erwähnt, dass wir diese Spieler mit doch mittel- bis langfristigen Verträgen ausgestattet haben. Von daher gesehen, glaube ich, dass momentan keine große Gefahr besteht, dass uns Spieler abgeworben werden. Selbst Philipp Hoffmann hat noch ein Jahr Vertrag. Also momentan ist es so, dass wir das Heft des Handelns in der Hand haben. Sie sind natürlich nie davor gefreut, dass, ja, aufgrund der gezeigten Leistungen hier und da wieder ein Spieler bei uns, auch bei anderen Scouts oder Vereinen in den Notizbüchern steht, aber auch unsere jungen Spieler, ob das Malik Badmatz ist oder auch Dominik Koda, die teilweise Verträge bis 23 oder auch 24 haben, da sind wir also schon abgesichert. und von daher gesehen, glaube ich, laufen wir nicht Gefahr, dass wir diese Spieler verlieren. Ja, Sie haben es angesprochen, ich glaube, der KSC hat sich schon ein bisschen dahingehend gewandelt. Sie haben jetzt die Edde-Becker-Zeit angesprochen, ich gehe noch weiter zurück unter Winnie Schäfer. Der KSC stand immer so für etwas speziellen Fußball, aber ich glaube, diese DNA, die wollten wir eigentlich wieder jetzt für uns neu entwickeln. Wir haben diese Spielphilosophie etwas geändert. Wir wollen eigentlich, ja, doch sehr, sehr aktiven Fußball spielen, offensiven Fußball. Der KSC soll mutig auftreten, leidenschaftlich, was fällt mir noch ein, emotional, am Ende aber doch erfolgsorientiert. Und ich glaube, dieser Weg, nicht nur bei Ihnen, sondern allgemein kommt in der Öffentlichkeit gut an. Diese Spielphilosophie wollen wir auf jeden Fall jeden Samstag zeigen, egal wie der Gegner heißt. Und von daher gesehen, glaube ich, ist das auch so ein bisschen ein Teil unseres Erfolges. Aber nochmals, was die Spieler anbelangt, haben wir da eigentlich mit unseren wichtigsten Spielern langfristige Verträge geschlossen. Gerade jetzt die Spieler, die mit auslaufenden Verträgen, die wir verlängert haben, ob das ein Kobalt war oder ein Gersbeck oder auch ein Gyeong-Rog-Joy, das sind Spieler, die haben wir an uns gebunden. Und ja, die einzige Personalie, die uns jetzt noch ein bisschen bedrückt, ist die von Philipp Hoffmann. Nochmal, also letztendlich entscheiden wir, ob er diese Saison gehen kann, darf, soll. Momentan ist es relativ ruhig, kann ich jetzt schon vorne wegnehmen. Es gibt keine Anfrage für diesen Spieler. Und aber auch da sind wir natürlich sehr stark interessiert, dass Philipp Hoffmann, der jetzt die letzten zwei Jahre sich zu einem absoluten Wieder- und Führungsspieler bei uns entwickelt hat und unser Torjäger schlechthin ist, dass er auch weiterhin für den KSC spielt. Und ich sehe da auch wirklich keine schlechten Möglichkeiten, dass uns das vielleicht sogar gelingt. Ja, vielen Dank. Darf ich vielleicht noch eine kleine Frage nachschieben. Nun hat ja der KSC gerade auch in letzter Zeit immer wieder mit Ausleihen von anderen Vereinen eine Option gezogen, die durchaus interessant ist und die ja auch gerade oft jungen Fußball-Bundesliga-Spielern möglicherweise dann auch die Chance gibt, in einem Verein eben zu vielfachen Einsätzen in der laufenden Saison zu kommen. Gibt es da schon konkrete Pläne? Sind Sie da an Spielern dran, an Vereinen dran? Ja, Entschuldigung. Gerne, ja. Ja, das war eigentlich die Frage. Okay, meinen Sie jetzt die Spieler, die wir momentan als Leihspieler von anderen Vereinen geliehen haben oder meinen Sie für die Zukunft, ob wir weiterhin dieses Modell anstreben? Ja, also in die Zukunft gerichtet, ob dieses Modell fortgeführt wird? Natürlich, es ist immer besser, wenn du die Spieler natürlich unter Vertrag hast, beziehungsweise wenn es deine eigenen Spieler sind. Aber Sie müssen auch sehen, also einen Philipp Heise zum Beispiel aus Norwich, hätten wir nie verpflichten können. Der Philipp Heise, letztes Jahr, hatte noch zwei Jahre Vertrag bei Norwich und dort verdient er nun mal um einiges mehr. Und von daher gesehen war es eigentlich nur über eine Laie möglich, diesen Spieler zu bekommen. Das Gleiche war auch bei Kevin Wimmer der Fall. Kevin Wimmer hatte einen Vertrag bei Stoke und auch da ging es nur über eine Laie. Aber es kann natürlich auch in der Zukunft sein, dass wir irgendwelche Spieler, die wir unbedingt wollen, nur über ein Leihgeschäft bekommen. Analog Benni Goller zum Beispiel. Benni ist ein Spieler, der hat in Bremen eine untergeordnete Rolle gespielt. Auch er wollte auf Einsätze kommen. Auch Bremen war dafür, dass der Junge auf Einsätze kommt. Deswegen haben wir den Spieler geliehen. Eine Kaufoption in den meisten Fällen bekommst du hier nicht. Würde bedeuten, Benni Goller muss jetzt eigentlich wieder nach Bremen zurückkehren. Aber auch da, glaube ich, sehe ich irgendwo doch die große Hoffnung, dass wir am Ende des Tages den Spieler dann wiederum bei uns nächstes Jahr im KSC-Trigo sehen können. Und dann muss man mal schauen. Weil dann hat er noch ein weiteres Jahr Vertrag in Bremen. Und eventuell ist es dann machbar, den Spieler im Prinzip komplett für uns zu gewinnen. Aber das ist ein Modell, auch in Zukunft über eine Laie an den Spieler zu kommen. Aber es sollte nicht die Rede sein. Herzlichen Dank, Herr Kreuzer. Sehr gerne. Wir machen weiter mit Alexander Krings. So, jetzt ist das Audio an. Ja, vielen Dank für das Format. Und die Saison hat uns alle sehr stolz gemacht. Ich finde, vieles geht hier beim KSC in die richtige Richtung. Zumindest hat man da das Gefühl, auch die Spieler verlängern ja Verträge. Insbesondere mit Verweis auch auf die sportliche Leitung und das Trainerteam, dass sie sich hier wohlfühlen. Ich finde es auch weitreichend geplant. Also wir haben uns ja jetzt anscheinend DFL-Prämien für den Einsatz der Jugendspieler auch am Wochenende gesichert. Das wird alles sehr weitreichend geplant. Meine Frage geht dahin, wie realistisch ist es denn, wenn man jetzt auch sieht, dass man bei den TV-Geldern keinen Sprung nach vorne macht, trotz des sechsten Platzes, den Lizenzspieler-Etat auch zumindest zu halten oder gar auszubauen für die kommende Saison, um dann auch wettbewerbsfähig zu sein. Weil die nächste Saison wird mit Sicherheit sehr kompetitiv. Man sieht, wer mit in die Liga dazukommt. Und es wäre aus sportlicher Sicht zumindest wünschenswert, wenn man diesen Lizenzspieler-Etat zumindest halten kann. Ich würde was dazu sagen. Es ist ja bekannt, dass wir uns natürlich in dem Etatbereich eher im letzten Cluster befinden. Also die DFL macht es immer so, dass die das in sechser Cluster aufteilt. Da kommt, glaube ich, auch morgen wieder ein aktueller Report raus, der DFL. und es ist natürlich bekannt, dass wir in diesem letzten Cluster sind und dass das natürlich wettbewerbsfähig zu sein wichtig ist, dass man ein Jahr bereitstellt. Das ist uns auch vollkommen klar. Aber wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen berücksichtigen. Und die Rahmenbedingungen sind zunächst in der neuen Saison so, dass alle Vereine 15 bis 20 Prozent weniger TV-Gelder kriegen. Nichtsdestotrotz ist es ganz klar unser Ziel, den Lizenzspieler-Etat, der sich diese Saison zwischen 8,5 und 9,5 Millionen bewegt hat, den auch wieder in dieser Form bereitzustellen und zu ermöglichen. Es gibt natürlich auch immer ein paar Abhängigkeiten, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen, andere Einnahmequellen. Aber was ganz klar ist, dass wir keine Etat-Erhöhung finanzieren über den Weg, dass wir uns weiter verschulden. Das ist ausgeschlossen und das hat, glaube ich, vor einem Jahr, das ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr wie ein Jahr her, doch, glaube ich, vielen den Augen geöffnet, dass das eben nicht der andere Weg oder der Weg sein kann und dass wir da einfach besser agieren müssen. Aber nochmal gesagt, uns ist allen klar, dass es ohne einen lebtbewerbsfähigen Etat auch nicht geht und dass es uns auch nicht hilft, wenn wir dann absteigen. Aber es ist halt dann, es muss nachhaltig und wirtschaftlich vertretbar sein und da sind wir dran und das Ziel ist ganz klar, mindestens den gleichen Etat wie letzte Saison dann bereitzustellen. Okay, vielen Dank. Und dann ein glückliches Händchen für die Neuverpflichtung mit dem Etat natürlich. Danke. Felix Ritzler macht weiter. Ja, also ein Hofmann-Vertrag, ein Hofmann-Verkauf steht ja im Gespräch, also wir wollen natürlich alle, dass er bleibt, aber es ist natürlich denkbar, dass er geht. Letztes Jahr stand da mal der halbe Etat als Ablöse im Raum. Ich glaube, der Herr Kreuzer hat das ins Spiel gebracht. Dieses Jahr mit einem Jahr Restvertrag wird es bestimmt geringer sein. Also falls es so weit kommt und Philipp Hofmann geht, wie geht man damit um? Also wie wird man da im Transfermarkt dann agieren? Wird man versuchen, direkt zu ersetzen? Oder wird man in junge Talente investieren? Oder wird man es vielleicht auf Positionen aufteilen und dann schauen, dass man vielleicht auch einen Außenstürmer davon holt? Also falls es zum Verkauf kommt, wie agiert man da am Transfermarkt? Gut, es war natürlich mehr mit einem zwinkerten Auge gemeint. Diese Halbierung unseres Etats, was die Transfessung anbelangt, also die Forderung damals oder die Vorstellung war nicht ganz so, dass man jetzt sagen kann, die entspricht dem halben Etat. Wenn es jetzt so kommen sollte und wir würden einem Hoffmann-Verkauf zustimmen, dann muss der Spieler natürlich ersetzt werden. Dann muss der Spieler adäquat ersetzt werden und Sie können sich vorstellen, dass wenn man so einen Top-Stürmer in der Liga adäquat ersetzen muss, wenn das überhaupt machbar ist, dann kostet das auch viel Geld. Auf der anderen Seite ist es auch so, Sie haben es angesprochen, wir sollen oder müssten dann nicht nur den Spieler Hoffmann 1 zu 1 ersetzen. Der Plan ist natürlich auch und das hat auch diese Saison gezeigt, dass wir auf den Außenbahnen uns definitiv verbessern müssen und da sind wir auch schon dran an verschiedenen Szenarien. Aber ein Spieler wie Philipp Hoffmann, wenn der uns verlässt, dann muss man ihn schon adäquat ersetzen. also wir können jetzt nicht sagen, wir spielen dann mit Malik Badmatz vorn. Der Malik hat super Fortschritte gemacht, der hat sich ganz toll entwickelt und hat auch für mich eine richtig gute Saison gespielt. Aber es wäre jetzt ein Trugschluss zu glauben, dass wir einen Hoffmann abgeben und planen dann mit Malik Badmatz und zweiter Sturmspitze zum Beispiel Dern Gallien von unserer U19, das wird in dieser Liga nicht funktionieren. Also wir müssen ihn schon adäquater setzen. Dankeschön. Sehr gerne. Thomas Hodel hat sich auch via Chat gemeldet, dass er eine Frage hat. Dann gerne jetzt. Ja, Dankeschön. Guten Abend. Mein Name ist Thomas Hodel. Ich bin wohnhaft in Freiburg und ich habe zwei Fragen an den Oliver Kreuzer. Zunächst aber auch nochmal Dankeschön für das Format und Glückwunsch zu dieser tollen Saison mit Kreuzer. Erste Frage, ist es denn geplant, nach Team Breithaupt noch weitere U19-Spieler mit Profi-Verträgen auszustatten? Und zweite Frage, ist es denn mit den jungen Profis Löhr, Dinger, Rappold und Tribunic geplant? Die haben jetzt das erste Profi-Jahr hinter sich, aber die brauchen jetzt ja dann auch irgendwann Spielpraxis, weil wir ja keine U23 mehr haben, wird es für diese Jungs auch recht schwer. Ist denn da geplant, mit den Jungs über Ausleihen an andere Vereine zu sprechen? Das waren die beiden Fragen. Gerne, ja, also zum Thema Team Breithaupt, Tim, ja, ist im Prinzip eigentlich noch U19-Spieler, Tim hat aber das letzte halbe Jahr regelmäßig mit der Profimannschaft trainiert und dann war schon zu sehen, dass da ein richtig gutes Talent in ihm schlummert. Und wie gesagt, Christian ist dann auch ein Trainer, der den jungen Spielern Vertrauen schenkt, dass er auch zum Spielen kommen lässt. Tim hat es in seinen wenigen Einsätzen, die er bisher bekommen hat, richtig, richtig gut gemacht. Und von daher gesehen haben wir auch mit Tim einen Lizenzspielervertrag abgeschlossen. Es kann sein, dass der eine oder andere aus der einen noch dazustößt. Ich denke da gerade an Luca Boya, der hat ja eine richtig gute Performance auch schon hingelegt hat bei den Profis. Aber weitere Lizenzspielerverträge jetzt für Jugendspieler stehen eigentlich nicht im Raum. Das andere Thema, was Sie gesagt haben, zum Beispiel Paul Löhre, Tribunic und Dinger, Sie haben recht, das sind natürlich Spieler, die seit einem Jahr jetzt dabei sind, die aber natürlich aufgrund der Situation so gut wie nie zum Einsatz gekommen sind. Sie haben schon jetzt in ihrem ersten Herrenjahr natürlich vom Training in der Herrenmannschaft sehr profitiert, aber über Spielen geht ja nichts. Die Jungs müssen zum Spielen kommen. Sie kennen auch die Thematik bei uns, wir haben leider keine zweite Mannschaft, wo man sagen kann, die Jungs trainieren in der Woche in der Profimannschaft und spielen dann am Wochenende in unserer zweiten Mannschaft. Das können wir ihnen auch momentan nicht bieten. Von daher gesehen ist glaube ich schon auch der Wunsch dieser Spieler und so wird es auch sein, wir sind ja ständig im Austausch, auch mit den Beratern, dass es sein kann, dass diese Spieler uns im Sommer verlassen werden und sich anderen Vereinen anschließen. Dankeschön. Sehr gerne. Wir machen weiter mit Herr Hacker. Guten Abend in die Runde. Ich hätte eine Frage zur derzeitigen Situation bezüglich der Stadionauslastung. Jetzt mal angenommen, es werden die Corona-Regeln aufgenommen und die Fans führen wieder ins Stadion. Was ist denn derzeit die Kapazität, die der Wildpark Kette und plant der KSC diese nur mit Dauerkarten zu füllen oder wird es auch Tageskarten geben, da ich als Wahlmünchner nicht immer in Karlsruhe sein kann? Ja, das würde ich übernehmen. Also zunächst freut es uns natürlich auch, dass wir auch aus München KSC-Fans begrüßen dürfen und dass die auch das ein oder andere Mal nach Karlsruhe fahren. Der Herr Kreuzer ist ja auch immer noch mal in München, da gibt es ja auch Verbindungen. Wir haben in der kommenden Saison eine Zuschauerkapazität von 20.000 schon wieder. Auf der neuen Ostribüne liegen wir so bei 10.000 Sitzplätzen. Da ist noch ein bisschen Gästebereich dann auf der linken Seite dabei und die neue Stehplatztribüne hat eben 10.000. Das heißt, wir haben 20.000 Plätze und ich sage mal, wenn es wirklich zu massiven Zuschauereinschränkungen kommt, dann würden wir die Karten unter den Dauerkarteninhaber verlosen. Sobald es aber natürlich ein einigermaßen Normalszustand ist, werden wir jetzt nicht 20.000 Dauerkarten verkaufen. Es wird auf jeden Fall noch einen Anteil geben, dass auch KSC-Fans, die eben nicht jedes Mal kommen können, eben die Möglichkeit haben, eine Karte zu erwerben. Aber ich denke, mit 20.000 sind wir auch schon ganz gut aufgestellt von der Kapazität auch wieder. Gut, vielen Dank. Wir gehen in eine zweite Runde mit Herrn Raimpur, nachdem wir mit allen, die bislang einmal dran waren, durch sind. Ja, danke. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich bleibe nochmal beim Geld und beim Stadion, weil das jetzt gerade passen würde. Frage an Michael Becker. Welche Vermarktungsmehrerlöse erwarten wir denn, wenn dann in der Saison 22, 23, egal, ob das jetzt gleich zu Anfang oder erst im Herbst ist, was haben wir da für Mehrerlöse? Das kommt ja dann dem Etat und dem Schuldenabbau zugute. Und gibt es da schon irgendwelche Bewegungen mit Sponsoren, die da zusätzlich einsteigen werden, wenn das neue Stadion aktiv ist? Also generell ist es natürlich so, dass das neue Stadion ja immer zu Mehreinnahmen führt, in verschiedensten Bereichen, in fast allen Bereichen, die natürlich spieltagsbezogenen sind. Die Effekte sind ein bisschen unterschiedlich. Wir haben natürlich auf jeden Fall ein Wachstum im Bereich der normalen Public Tickets, wo wir jetzt zum Beispiel diese Saison mit einem Schnitt von 15.000 kalkulieren, würden wir jetzt in der ersten Saison mit dem neuen Stadion schon eher mit 20 kalkulieren, sodass natürlich schon ein gewisses Upside dann da ist. Der große Wachstum, klar, Werbung habe ich auch noch, mit Werbung kann ich dann auch noch ein bisschen mehr machen. Der große Wachstum kommt aber ganz klar durch die Hospitality-Bereiche. Wir haben Stand heute, also jetzt in der neuen Saison, 600, 700 provisorische Business Seeds und haben nachher 2.000 Business Seeds und 600 Logenplätze. Und das ist natürlich der ganz große Wachstum und da rechnen wir dann eher schon mit einer fast drei- bis Vierfachung der Einnahmen in diesem Bereich, wo ich vielleicht in anderen Bereichen ja, dann vielleicht 50% Zuwachs habe oder auch mal eine Verdopplung werde ich in den Hospitality-Bereichen selbst bei einer nicht 100% Auslastung eher eine drei- bis vierfache Umsatzerlöse auch steigern. Ich habe natürlich auch einen Tick weitere Kosten oder Mehrkosten muss ich natürlich auch berücksichtigen, aber insgesamt sind das natürlich die Hauptpunkte Zuschauereinnahmen, Werbung, Catering, was Merchandising, was noch dazu kommt, aber der Hauptpunkt ist ganz klar der Hospitality-Bereich und deswegen wurde ja dann auch innerhalb dieses Stadionbaus da so viel Wert drauf gelegt, dass diese Bereiche eben dementsprechend ausgelegt sind, weil da, wie vielleicht schon einer aus München erzählt hat, mal auf einer Mitgliederversammlung, da wird halt auch sehr, sehr viel Geld verdient, was natürlich wichtig für uns ist, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Danke. Frank Metz. Ja, hallo von mir. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das der richtige Rahmen ist, aber wir haben gerade gehört, dass die Spanne der Einkünfte mit dem Hospitality-Bereich ja enormes Potenzial birgt. jetzt bin ich ein Vertreter von vier Dauerkarteninhaben der Haupttribüne, die umgesetzt wurden. Das war ja eine Phase eins, Phase zwei, die Phase eins mit dem, mit der Übergabe des Platzes, den man haben oder zugewiesen bekommt und man konnte sich melden, wenn in irgendeiner Form der Platz nochmal gewichselt werden, wenn der Wunsch da war, den Platz zu wechseln. Das haben wir auch gemacht und dummerweise war dann die Phase zwei, als wir die E-Mails bekamen, welche Plätze wir haben, auf einmal die, dass die zugewiesenen Plätze und auch, also die waren logischerweise weg, weil man sich ja umgesetzt hat, aber dann auch die neuen Plätze auf einmal im Kurvenbereich waren und nicht da, wo wir eigentlich vorher gesessen sind. Und auch, es ist halt bei meinen Kollegen, wir sind zu viert nebeneinander, da ist es natürlich sehr schwierig, einen Platz zu bekommen nebeneinander. Das hat Gott sei Dank dank der Frau Haag dann doch noch geklappt, aber allerdings in Bereichen, wo man eigentlich nicht vom ursprünglichen Platz her sein wollte. es ist natürlich so, dass keine Karte aus Frust zu nehmen gar keine Option darstellt, weil wenn man über 40 Jahre im Verein mit allem, was dazugehört, einfach zugehörig sich fühlt, dann gibt es da keine Option. Aber die Frage gilt jetzt, wir waren eigentlich sehr sicher, dass diese Osttribüne das jetzt ja auch für die alten Dauerkarten Inhaber die neue Heimat sein wird, also die von der Haupttribüne gekommen sind, ist es da eigentlich oder wir gingen davon aus, dass die relativ voll ist und jetzt haben wir letzt in den Medien gehört, dass 5000 Dauerkarten erst abgesetzt waren. Das hat uns ein bisschen überrascht. Also ist es nicht so, dass diese Osttribüne sind ja ungefähr 10.000 Plätze. Ich denke doch, die müsste relativ voll sein. Oder ist da noch Potenzial oder weil ich denke, die neue Südtribüne, also sprich Gegengerade, die wird ja rappelvoll sein. Davon kann man ja eigentlich ausgehen. Ist da irgendwas noch im Bereich, gerade mit den Karten, die vom freien Markt dann erworben werden können? Oder wie sieht es da aus? Also vielen Dank für die Ausführungen. Also wenn natürlich die Südtribüne immer rappelvoll ist, da würden wir uns natürlich freuen. Aber 10.000 Stehplätze ist natürlich auch schon jede Menge. Aber wir hoffen dann natürlich, dass das so eintrifft, wie Sie sagen. Generell ist es so, dass wir auf der Osttribüne schon rund 10.000 Plätze haben. Aber natürlich ein Teil ist auch 1500 Stehplätze im linken Bereich oder Gästebereich. Die fallen schon mal beendet runter. Aber eben auch die Wipp-Plätze, die jetzt ja provisorisch auf dieser Tribüne untergebracht sind, die fallen dann irgendwann mal wieder weg, inklusive Presse, weil die ziehen ja dann wieder um auf die neue Haupttribüne. Aber deswegen steht nicht die volle Auslastung zur Verfügung. Das sind einfach dann Plätze geblockt, die für eben diese Gruppen reserviert werden mussten. Also es gibt quasi dann schon noch mal die Möglichkeit, dass wenn das Stadion endgültig fertig wird, beziehungsweise wenn die Haupttribüne fertig ist, dann werden auf dieser Osttribüne noch mal rund 1000 Plätze frei werden. Das muss man sagen. Das heißt, da gibt es auch noch mal die Möglichkeit, da so vorzunehmen. Aber so leitet sich das her, das ist der Hintergrund. Na gut, das wird natürlich äußerst schwer, denke ich, wenn es sportlich so weiterläuft und dann denke ich, wird es schwer. Okay, danke. Sebastian Bommers ist an der Reihe. So, ja, vielen Dank. Ich hätte folgende Frage jetzt lernen wir Fans quasi. Im Übrigen schöne Grüße aus Düsseldorf, also es gibt auch Fenster noch ein bisschen weiter weg als München. Kurze Frage zum Stadion. Wir werden ja jetzt quasi nach und nach das Stadion wachsen sehen. Wird dann trotzdem geplant, dass der Tag X kommt, dass man sagt, der letzte Bagger ist weg und wir kriegen quasi ein offizielles Eröffnungsspiel oder verläuft sich das so, weil das halt nicht quasi zu ist und dann halt komplett geöffnet wird, sondern das ja nach und nach quasi langsam entsteht. Das würde mich interessieren und dann gleich noch an Herrn Kreuzer die Frage, ob beim Pipo Heisel tatsächlich auch die Bereitschaft besteht oder man sich auch seitens des Vereins drum bemüht, dass er quasi in Karlsruhe bleibt. Da haben Sie jetzt eben gar nichts konkret zugesagt. Mich würde auch interessieren, möchte der Spieler grundsätzlich bleiben? Was ich vermuten würde, das würde mich noch interessieren. Vielen Dank. Gut, ich fange vielleicht mal an, was den Spieler Philipp Heisel und Pipo betrifft. Ja, wir sind grundsätzlich mit der Leistung von Pipo extrem zufrieden und wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn Pipo auch die kommenden Jahre im Wildpark spielt. Wir sind extrem im Austausch schon sehr lange. Es ist natürlich so, dass er noch einen gültigen Vertrag bei Norwich besitzt. Wir wissen auch, dass Norwich ohne den Spieler plant. Jetzt geht es einfach nur darum, wie finden wir eine gemeinsame Lösung, sprich eine Vertragsauslösung in Norwich und kommen wir hier finanziell zueinander. Das sind die beiden Eckpunkte. Ich weiß, dass Pipo sehr gerne beim KSC bleiben würde. Er fühlt sich hier richtig wohl und es war schon angedacht, dass seine Familie jetzt die nächste Zeit hier runter kommt, aber das geht natürlich nur mit einem gültigen Vertrag. Aber zu Ihrer Frage hin, Philipp Heise, ja, definitiv, wir wollen ihn im Wittpark behalten und der Spieler möchte das auch. Vielen Dank. Sehr gerne. Richtige Antwort. Entschuldigung. Aus Düsseldorfer. Ja, Sie wollen ihn nur bei der Fortuna sehen, oder? Ne, ich halte die Fahnen seit 25 Jahren hoch hier und muss mich immer wehren gegen mein Fortuna Umfeld. Horace Gradetschak will sich den Preis für die weiteste Anfahrt in den Wildpark aus Gibralta abholen, aber hat auch eine Frage schätze ich. Ja, ich glaube, der Bommis hat ja noch die andere Frage, die will ich noch mal kurz erläutern zum laufenden Stadion Umbau. Also Ziel ist natürlich schon, wir haben natürlich im laufenden Betrieb immer mal wieder einzelne Teile, die dann dementsprechend das Eröffnungsspiel noch zu machen, das auch dementsprechend zu feiern, weil ich glaube, das ist schon der Meilenstein des KSC in ganz, ganz langer Zeit und das werden wir schon gebührend feiern. Wir sind auch schon am gucken, gegen wen wir da spielen. Schauen wir gerade und knüpfen schon Kontakte. Hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen davon ab, wann das Stadion fertig wird. Am Ende fertig wäre zum Ende einer Saison zu den letzten 4-5 Spielen, was man teilweise nutzt, aber die offizielle Eröffnung im Vorfeld einer neuen Saison macht. Das ist die Idealvorstellung von uns. Versuchen wir es gemeinsam mit der Stadt und dem Bauunternehmen umzusetzen. Wir werden da schon ein ordentliches festmachen. Ich glaube, das muss man auch. Wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Dann kann es jetzt weitergehen. Leider kein Ton zu hören. Leider immer noch nicht. Dann stellen wir es hinten an und machen mit Marko Logik weiter. Dankeschön. Herr Becker, ich würde einen Punkt noch mal aufnehmen, den Sie gesagt haben bezüglich des Trikots respektive Hauptsponsors. Sie meinten vorhin, es ist schon ein bisschen länger her, dass die Gröner Gruppe noch nicht präsentiert wurde als Hauptsponsor. Ich würde ganz kurz vom 15. Juli die BNN zitieren mit der Information, dass Gröner sich nach Ablauf des Kleibermarkisen Vertrages 2021 die Trikotposter zusichern lassen und von August letzten Jahres eine Aussage von Herrn Sigmund Schulze in einem Karlsruher Online-Portal, wo er auch zitiert wird, dass die CG-Gruppe als Hauptsponsor nachrückt, ist schon seit Längerem bekannt und auch abzusehen. Da stellen sich jetzt für mich die Frage, was ist in der Zeit von August bis heute passiert? Wird also die CG-Gruppe doch nicht der Hauptsponsor werden oder wird er doch als neue Hauptsponsor präsentiert und vielleicht dachte man, das wurde vergessen oder worüber welche Sponsoren sprechen wir denn jetzt hier eigentlich? Also ich wollte natürlich nicht die ganze Spannung nehmen, deswegen würde ich Sie doch um noch drei, vier Wochen Geduld bitten, das klärt sich jetzt in den nächsten drei, vier Wochen dann auch auf, was wir da genau machen. Wir haben zu den Vertragsdetails das jetzt nie im Detail auch veröffentlicht und das haben wir auch den Partnern so zugesagt das Ziel ist ja mit beiden Partnern in die neue Saison zu gehen und da sieht es auch ganz gut aus und deswegen würde ich Sie jetzt um Geduld bitten das Resultat ist glaube ich dann für alle Beteiligten inklusive aller Fans auch sehr positiv in Summe deswegen noch die zwei, drei Wochen Geduld haben und dann weiß man auch alles im Detail ganz genau und wir werden es auch mal dann im Detail kommunizieren wie das Ganze dann abläuft Okay da darf ich nochmal rückfragen also gab es jetzt eine Rückabsprache mit der CG Gruppe im Jahr 2019 als Hauptsponsor dann aufzutreten ist das fixiert worden oder waren hier die Informationen die auch zumindest in der Presse oder auch dann kommuniziert wurden so nicht richtig oder missverständlich und zweite Frage sprechen wir jetzt hier wirklich von neuen Sponsoren oder sprechen wir von dem Bekannten in einer anderen Form Teils würde ich jetzt sagen es wird auch neue Sponsoren geben und nicht nur die Bekannten zu jetzt genauen Vertragsdetails was jetzt da genau drinsteht ob es da irgendwelche Optionen oder Nachfolgerechte gibt können wir jetzt in der Runde einfach keine Auskunft geben weil es vertraglich so geregelt ist die Verträge Stillschweigen enthalten werden leider hier keine genauen Klauseln sagen ich denke es wird sich aber relativ schnell aufklären in den nächsten Wochen und dann ist es auch in der Kommunikation auch da wie gesagt wir haben zu sowohl den bestehenden als auch zu potenziellen neuen Partnern sind wir im Gespräch auch die CG-Gruppe ist ja auch schon lang Partner jetzt in anderer Form auch der Gleiber ist jetzt elf Jahre Partner gewesen und wie gesagt das Ziel ist da mit beiden in die neue Runde zu gehen da sieht es ganz gut aus aber auch darüber hinaus gibt es glaube ich noch den Mönchel manfred wöhrle ja ich hatte mal zeitweise keinen ton aber weiß nicht ob die frage schon gestellt wurde ich habe noch eine frage zur vermarktung und meine frage ist interpretiere ich das richtig dass der KSC jetzt die vermarktung in eigener Regie macht und wenn dem so ist welche Lösung hat man dann mit Lagardere gefunden Frage angekommen ja habe ich gehört wurde auch noch nicht gestellt Herr Wörle also passt perfekt keine Doppelung es ist so Sie haben es richtig gesagt wir vermarkten ja unsere Werberechte und Hospitality Rechte seit dem 1. 4. 2018 meine ich ist es selbst es gab ja dann verschiedene oder zwei Prozesse in den Instanzen in denen wir verloren haben haben aber für uns festgestellt haben wir auch in der letzten Mitgliederversammlung gesagt dass es unternehmerisch eine richtige Entscheidung war weil einfach die Ergebnisse die wir aus dieser Eigenvermarktung erzielt haben positiv sind deswegen ist auch das Ziel weiterhin das Ganze eigen zu vermarkten es ist aber auch so dass es natürlich ein Vertragsverhältnis gibt mit der Firma Sport5 wie er unser Vermarkter war da sind wir jetzt schon seit längerem in Gesprächen das ist jetzt aber gar nicht negativ dass das eine gewisse Zeit lang dauert das Ganze ist auch sehr komplex und da versuchen wir eben gemeinsam eine unternehmerische Lösung zu finden für beide Seiten die Gespräche sind in einem sehr angenehmen Rahmen ohne Anwälte sondern rein auf operativer Geschäftsführer Ebene und da muss man jetzt einfach mal schauen was die nächsten Wochen Monate passiert aber auch da sind wir ganz zuversichtlich insgesamt dass man da zu einer guten Lösung für beide Seiten auch kommen Und dann noch eine Anschlussfrage an den Oliver Kreuzer Ich denke der Erfolg unserer Mannschaft war auch ein Erfolg dieses Trainerteams und die machen aus meiner Wahrnehmung einen richtig tollen Job Gibt es denn schon Überlegungen eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu machen damit wir auch über einen längeren Zeitraum mit diesen beiden planen können Was ist da in ihren Überlegungen Gut ich habe die Frage glaube ich vorhin schon beantwortet Ja es ist richtig Christian und sein Trainerteam haben wirklich jetzt in den vergangenen Monaten einen herausragenden Job gemacht und deswegen ist es auch unser Anliegen den Christian so lange wie möglich hier im Wildpark zu behalten Christian hat noch ein Jahr Vertrag bis 30. 6. 22 und natürlich werden wir demnächst die Gespräche mal aufnehmen über eine Verlängerung reden aber da haben wir jetzt keinen Druck in dem Thema Christian sieht es auch relativ entspannt Christian braucht auch keine Absicherung sondern er ist relativ ruhig aber nochmals er weiß dass er hier großes Ansehen genießt nicht nur meinerseits auch von meinen Kollegen hier auch vom gesamten Beirat auch ich glaube im Umfeld von Karlsruhe weiß jeder dass er einen richtig guten Job gemacht hat und es ist klar unser Ziel den Christian hier langfristig zu binden aber das ist kein Thema wo wir die nächsten 14 Tage angehen müssen aber das soll schon irgendwann mal in absehbarer Zeit passieren Können die ja unter Umständen auch mal Begehrlichkeiten geben von anderen Vereinen Das gibt es ja auch auf anderem Niveau Sie sehen ja was mit Rose oder auch mit Hütter jetzt in Dortmund oder in Frankfurt das ist Profisport ich glaube schon dass das auch in Fußball Deutschland nicht verborgen geblieben ist was Christian hier für eine richtig gute Arbeit abliefert aber noch mal bisher war alles ruhig es gab keine Anfrage ich konnte auch nirgendwo lesen dass ein Verein an Christian interessiert wäre von daher gesehen ist alles ruhig Christian hat jetzt Urlaub trotzdem arbeitet er weiterhin engagiert an der Planung mit mir zusammen für die neue Saison und von daher gesehen gehe ich davon aus dass auch Christian bleibt danke danke dann probieren wir es jetzt noch mal bei Boris Kralitsch so hört man mich denn jetzt ja sehr gut vielen Dank Flo ja guten Abend aus Gibraltar wir haben es vorhin glaube ich gehabt weiter anreisen da bin ich glaube ich mit im Boot meine Frage geht an Herrn Michael Becker ich komme gleich zum Punkt inwieweit ist man denn in Sachen Stadion Namen Namensgebung Sponsoren und so weiter bleibt es denn beim Bühlpark Stadion oder wird es da bald einen sogenannten Namensgeber geben was ist da so der aktuelle Stand also generell ist es ja so dass die Namensrechte prinzipiell bei der Stadt Karlsruhe liegen das ist ja ein Teil der Refinanzierung des Stadions eingeplant es ist aber auch so das hat sich dann jetzt im genaueren hinsehen hat man das auch genau gesehen dass es letztendlich nur Sinn macht das gemeinsam zu vermarkten weil die Stadt natürlich die Namensrechte zwar hat dass man quasi außen an die Fassade was hingehen darf und natürlich auch das Stadion so heißt aber keinerlei Rechte im Stadion und potenzieller Namensgeber möchte natürlich auch irgendwo im Stadion präsent sein im TV präsent sein das ist ja eines der wichtigsten Rechte und es macht nur Sinn wenn man das gemeinsam vermarktet und das haben wir auch mit der Stadt Karlsruhe mittlerweile in einen Prozess eingekippt und vermarkten es eben gemeinsam haben auch schon mit potenziellen Kandidaten und Interessenten Gespräche geführt und Unterlagen bereitgestellt aber es gibt jetzt Stand heute noch keinen unterschriebenen Vertrag mit irgendeinem Namensgeber es ist ja auch ein sehr sehr großes Recht also wir das ist sagen wir mal Namensgeber und Hauptsponsor sind ja mit die zwei größten Rechte eigentlich rund um den Fußballverein und klar ist natürlich dass wir einen finden möchten auch klar ist und das haben wir auch mit der Stadt vereinbart die ja eigentlich das letzte Entscheidung was den Namen angeht hat dass der Begriff Wildpark Stadion beziehungsweise Wildpark dann auch im Namen enthalten bleibt sodass also zum Beispiel Coca-Cola Arena sowas ist jetzt ausgeschlossen alles klar ob es gleich Spekulationen vorzubereiten wir Coca-Cola ist keiner der Kandidaten die in Frage kommen gut vielen Dank Pepsi auch nicht auch nicht auch nicht wir machen weiter mit Christoph Klaus machen ja genau hört man sehr gut alles klar dann erst mal auch mal hallo in die runde ich würde mich erst mal auch noch mal für die tolle Saison bedanken und gratulieren es war jetzt mal nett mal nicht an den letzten Spieltagen auf die Tabelle schielen zu müssen und immer zu hoffen was machen die anderen was machen wir und sich einfach mal zurücklehnen zu können dementsprechend war ja auch dieses Saison früher Planungssicherheit und wir haben jetzt ja auch vor kurzem bereits über den ersten Neuzugang mit Leon Jensen erfahren ich wollte mal so fragen wie allgemein so die Lage ist ist man da jetzt kommt man den Vorteil nutzen ist es vielleicht auch schon mit an einigen Wunschspielern konkreter dran und in Gesprächen oder ist man da eher noch ein bisschen am Anfang und noch auf der Suche nach den Kandidaten ich einfach mal so nach ein bisschen Rückmeldung fragen wie weit man der Nase ist ja auf der einen Seite haben sie recht war es natürlich sehr beruhigend so wie sind schon irgendwann Ende März Anfang April dass man faktisch den Klassenerhalt gesichert hat natürlich sind wir schon seit längerer Zeit im Austausch am eruieren auf welchen Positionen müssen wir uns verstärken wo müssen wir uns verändern mit welchen Spielern wollen wir verlängern mit welchen Spielern wollen wir nicht verlängern das ist ein Prozess der läuft schon seit einiger Zeit und natürlich sind wir auch schon seit einiger Zeit mit Kandidaten im Austausch aber auch da muss man sagen dass der Markt relativ ruhig ist momentan Sie können beobachten dass in der gesamten Liga eigentlich momentan oder bis zum heutigen Tag eigentlich wenige Ausnahmen brandfest getätigt wurden ich glaube das liegt auch etwas daran dass die Vereine natürlich mal erst abchecken müssen mit welchen Finanzen können sie planen für die kommende Saison einerseits der Herr Becker hat es vorhin angesprochen wo können wir uns einordnen was das TV-Geld anbelangt auf der anderen Seite ist immer noch das große Fragezeichen kommen die Saison Zuschauer ja nein das sind alles Dinge wo die Vereine erst mal klären müssen wir genauso und von daher gesehen ist es relativ ruhig am Transfermarkt aber ich kann sie beruhigen wir sind seit Wochen Monaten schon im Austausch mit verschiedenen Kandidaten und es ist natürlich wünschenswert das wünschen wir uns natürlich an allererster Stelle der Christian Eichner und ist dass wir da auch jetzt in naher Zukunft sag ich mal den ein oder anderen Neuzugang auch präsentieren können alles klar vielen Dank wir machen weiter mit Felix Rützler bitte nochmal von mir dann habe ich uns mal vorangestellt aber zum Thema Pike House für das neue Stadion da stand er auch in Medien also in der Summe von 18 Millionen Euro und zum Beispiel schon in der BNN also jetzt kommt ein Zitat die die KSC Betriebsgesellschaft bisher nicht darlegen konnte wie die drei Ebenen umfassende Garage bezahlt werden soll also die Frage geht an Herr Becker wahrscheinlich ist es ein leidiges Thema aber gibt es da gibt es da inzwischen Klarheit wie wie das bezahlt werden soll oder welchen Zeitraum oder wie da die Lösungen aussehen sollen um das zu bezahlen oder was da gebaut werden kann also zunächst mal es war ja so dass das Pike House ursprünglich in dem Ausschreibungsumfang der Stadt der Stadt drin war wo das Stadion ausgeschrieben wurde dann gab es mehrere Runden mit unterschiedlichen Bietern und um damals dann 2016 in den Vergabekorridor zu kommen von 80 Millionen wurden diverse Dinge angepasst und unter anderem wurde auch das Park House rausgenommen um dem dann eine Ersparnis zu realisieren und der KSC dem wurde dann wir haben da zugestimmt und haben uns bereit erklärt das eben mit dem eigenen Investor oder mit dem Investor zu finanzieren da sind wir auch weiterhin dran jetzt musste die Stadt aber auf gewissen Themen einfach schon mal loslegen bestimmte Beschlüsse fassen weil sie nämlich natürlich auch rein rechtlich gesehen gewisse Stellplätze nachweisen muss bei Neubauten nichtsdestotrotz bleibt das Ziel auch weiterhin von uns das Park House zu bauen auch das mit eigenen finanziellen Mitteln oder mit dem Investor aufzubringen da geht es auch um Vereinbarkeit der vertraglichen Bedingungen wir sind da aber weiterhin dran generell um jetzt diese Berichterstattung vielleicht mal rauszugreifen war die jetzt aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Operativen bei der Stadt mit denen wir sprechen eigentlich ein bisschen zu kritisch weil das ist jetzt etwas was wir irgendwie da an Schuldzuweisung oder sonst was ist untereinander sondern wir arbeiten konstruktiv seit Monaten da zusammen um das Thema zu lösen die Stadt musste da jetzt einfach die Beschlüsse fassen um zumindest diese grundlegenden ebenerdigen Stellplätze zu schaffen aber weiterhin zu ermöglichen ein Parkhaus zu bauen deswegen sind wir da jetzt momentan noch entspannt weiterhin bleibt das Ziel das Parkhaus zu bauen und sobald die Finanzierung steht werden wir das auch tun aber wie gesagt da ist jetzt kein Streit oder sowas mit der Stadt Karlsruhe über das Parkhaus entbrannt im Gegenteil sondern man arbeitet da gemeinsam an der Lösung okay eine kurze Rückfrage noch ist es realistisch dass das Parkhaus dann schon zur Fertigstellung vom Stadion steht oder ist es wahrscheinlich was das später der Fall sein wird danke schon mal die Frage wäre dann was ist denn die Fertigstellung des Stadions die Gegenfrage da das ja noch nicht ganz klar ist momentan ob es wirklich der Mai 22 wird wenn es der Mai 22 würde würde es wahrscheinlich knapp werden das ist natürlich klar man braucht so zwölf Monate Vorlaufzeit um das Ding zu bauen insgesamt das muss man jetzt mal sehen aber wir sind da weiterhin dran und wollen das realisieren es kann aber könnte dann aber auch sein dass man vielleicht ein Jahr am neuen Stadion des Parkhaus noch nicht hat wir würden dann aber eben auf den Birkenbergplatz zurückgreifen als Übergangslösung das ist sicherlich keine Dauerlösung über eine gewisse Zeit aber Ziel ist dann halt trotzdem dass es dann schnellstmöglich dann auch fertig wird aber es ist natürlich auch wieder ein Corona-Thema insgesamt dass natürlich alle da jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet sind die da von der Pandemie betroffen sind ist natürlich auch klar und ohne Corona-Pandemie vermute ich mal würden wir das auf jeden Fall schon angefangen zu bauen haben Dankeschön umweltfreundlicher sowieso Rad oder Bahn bitte jetzt habe ich es gerade verstanden ich habe ich habe nur gesagt Dankeschön umweltfreundlicher ist sowieso Rad oder Bahn ja obwohl also das ist da haben Sie vollkommen recht dass natürlich das gesünder ist wir haben aber in dem ganzen Zug auch nochmal eine Umfrage gemacht also es ist ja so das Parkhaus soll ja quasi für unsere Hospitality-Gäste sein die natürlich auch dann nachher verantwortlich sind dass diese extremen Umsatzsteigerungen da realisiert werden können in den verschiedensten Bereichen und da ist es natürlich schon wichtig dass man denen entsprechende Möglichkeiten bieten kann und es ist halt auch so dass wir der KSC schon auch aktuell noch mehr ein Verein der Region Karlsruhe sind also unsere Dauerkarteninhaber unsere Sponsoren unsere Personen die von Sponsoren eingeladen werden die dafür relevant sind die kommen eben eher aus 20-30 Kilometer Umfeld und da wird es natürlich schon schwieriger mit dem Thema ÖMPV das geht auch noch aber man will ja kennt man vielleicht wenn man dann eingeladen wird will man da vielleicht auch ein bisschen was Besonderes draus machen hier in den Wildpark vom Sponsor und deswegen ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit durchaus wichtig wir glauben aber schon dass insgesamt ein Parkplatzbedarf von 2000 Stellplätzen für 34.000 Zuschauer jetzt auch nicht unbedingt völlig übertrieben ist hier im direkten Umfeld also da gibt es andere Stadien die haben um einiges mehr wir sind hier eh beengt in der ganzen Thematik aber dass es natürlich zum Verkehrschaos kommen wird wenn wir durchschnittlich über 25.000 Zuschauer vielleicht mal haben das ist sowieso vorprogrammiert aber wir haben dann einen schönen Umlauf im Stadion da kann man dann noch ein bisschen länger da bleiben nach dem Spiel und auch noch das ein oder andere Kaltgetränk vielleicht trinken bis dann alles sich ein bisschen verläuft wir machen weiter mit Martin Dufner der auch noch eine zweite Frage hat sollte noch jemand eine erste Frage haben dann gerne auch melden nachdem wir auf die Zielgerade einbiegen dann machen wir das gerne möglich ansonsten beantworten die mehrfachen Fragen Martin Dufner bitte Ton bitte anmachen damit wir auch die Frage jetzt müsste es passen ich wollte mal einsteigen auch mit zwei Dingen die mir positiv aufgefallen sind das eine ist dass wir vor einem Jahr dem jungen Janis Haneck der da ja gerade einen frischen Kreuzbandriss erlitten hatte dass wir den nicht im Regen stehen lassen haben sondern ihm eine Vertragsverlängerung angeboten haben das ist mir sehr positiv aufgefallen und das andere auch das Trikotgeschenk an den Mike Schnatterer am letzten Spieltag das war auch eine sehr schöne Geste und daran anschließend meine Frage wo stehen wir denn im Vergleich zur Konkurrenz bei den Einsatzminuten von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gut ich gehe jetzt mal auf die ersten beiden Themen ein klar mit dem Janis er hat letztes Jahr einen schweren Kreuzbandriss erlitten und ich glaube das war mehr als normal dass wir so einen Spieler nicht fallen lassen und deswegen haben wir sofort entschieden er bekommt noch einen Vertrag bei uns damit er auch dahingehend ein bisschen abgesichert ist und seine Reha über unsere Kanäle machen kann also das war wirklich für uns eigentlich normal dass wir das tun auch Marc Schnattererer klar ist ein Spieler hat eine KSC Jugendvergangenheit auch da haben wir uns gedacht so als kleine Geste zu seinem Abschied von Heidenheim bereichen wir ihm ein KSC-Trikot mit der Anzahl seiner Spiele und seinem Namen auf einem KSC-Trikot was die Einsatzminuten anbelangt da ist immer mein Finanzkollege stark hinterher deswegen Michael du kannst es vielleicht genauer sagen auf die Minute sogar genau wie wir uns da im Vergleich zum letzten Jahr bewegen man sieht es schon wir kennen uns ganz gut es ist in der Tat so dass ich gestern Abend noch jemand geschrieben habe hier intern dass er bei der DFL die aktuellen Zahlen einholt das haben wir auch gleich heute Morgen versucht aber die DFL ist noch nicht so weit hat noch nicht alles final berechnet ich denke dass wir es aber bis Ende der Woche wissen was man aber schon ein bisschen prognostizieren kann wir waren wenn man wieder diese Cluster nimmt diese 6er Cluster waren wir in der letzten Saison im letzten Cluster also unter den letzten 6 und ich denke dass wir uns diese Saison eher im mittleren Cluster wieder finden werden Ok Dankeschön sehr gerne Frank Metz hat auch noch eine zweite Frage und ganz kurz ist es dieses Jahr möglich eine Art Familientag durchzuführen wohl eher nicht schade eigentlich aber ist es möglich oder dran gedacht also wir sind da schon in den Planungen natürlich zu dem Thema wir haben ja letztes Jahr dieses Thema im Autokino gemacht als Saisoneröffnung dass man zumindest dann ein bisschen das ausgleichen kann jetzt ist es so wir haben ja hier eine nagelneue Osttribüne da sind wir jetzt bereits mit dem Ordnungsamt im Austausch ob es möglich ist gegebenenfalls hier eine Veranstaltung mit einer ein bisschen größeren sagen wir mal 1000 Personen oder sowas durchzuführen als Art Familientag so einen klassischen Massenfamilientag mit 20.000 Leuten wie wir gehabt haben wird vermutlich schwierig aber wir wollen uns trotzdem was einfallen lassen um eine Mannschaftspräsentation zu machen um ein bisschen was drumherum zu machen um das dementsprechend aufzufangen und da laufen bereits die Planungen ja sagen wir mal rein datumstechnisch sollte es irgendwann Ende Juli stattfinden wenn wir es hinbekommen und wir hoffen natürlich dass der Trend so weiter so positiv geht und ich sage mal wenn wir mal unter 50 kommen hier in Karlsruhe dauerhaft ich glaube dann geht es in die richtige Richtung dass wir da auf jeden Fall was machen können so einen klassischen Familientag hätten wir gerne gemacht zumal wir jetzt mit der Tribüne in dem Umlauf natürlich auch super Möglichkeiten haben es ist ganz viel überdacht aber ich glaube einen ganz klassischen Familientag werden wir auch diese Saison dieses Jahr nicht bekommen leider okay danke Wolfgang Wagner auch zum zweiten Mal ja ich wollte auch nochmal zum Christian Eichner kommen ich finde es auch dass er ein Glücksfall ist wie Ede Becker oder Winnie Schäfer damals und eine Identifikationsfigur für unsere Region er kommt aus der Region und er ist auch mitverantwortlich dass so viele junge Spieler gespielt haben und auch dass der KSC wieder für junge Spieler attraktiv wird deswegen habe ich die Frage jetzt auch noch weitergehend es wird so oft vom Freiburger Modell gesprochen ist man bereit Christian Eichner auch dann zu halten wenn mal der sportliche Erfolg ausbleiben sollte Christian Streich ist ja beispielsweise mit dem FC Freiburg im FC Freiburg abgestiegen und auch wieder aufgestiegen wäre sowas auch mit Christian Eichner denkbar und noch eine zweite Frage junge Spieler profitieren auch davon dass die Corona bedingte Regelung fünf Spieler statt drei Spieler pro Spiel auszuwechseln möglich ist jetzt und für diese abgelaufene Saison ist ja diese Regelung nochmal verlängert worden ist man beim KSC bereit bei der DFL vielleicht den Antrag zu stellen sowas zur Dauerregelung zu machen oder ist sowas überhaupt im Gespräch dass zukünftig fünf statt drei Spieler ausgewechselt werden können weil es ist ja wirklich ein großer Vorteil für junge Spieler beziehungsweise eigentlich auch für alle Spieler zu Spielminuten zu kommen gut für ihre erste Frage ein klares ja ich glaube schon dass damit spreche ich glaube ich auch für meinen Kollegen Michael Becker aber auch für den Beirat ich kann mir schon vorstellen dass auch im Falle ich hoffe das kommt nie wieder vor solange ich hier beim KSC bin aber sollte das so kommen glaube ich schon dass man mit einem Christian Eichner auch mal den Weg in die dritte Liga gehen kann so ein Betriebsunfall kann immer wieder passieren das heißt natürlich nicht dass der Christian Eichner auf einmal ein schlechter Trainer geworden ist und ja wir wollen diesen Weg wie sie es gerade beschrieben haben Freiburg hat es vorgemacht das kann eine Option sein für uns auf der anderen Seite man muss immer schauen dann wenn so ein Szenario eintritt wie verläuft der Saisonverlauf es kommt ja drauf an dann auch wie man diesen bitteren Gang wieder eins runter antreten würde final kann man so eine Frage nicht beantworten aber Stand heute kann ich mir glaube ich sowas gut vorstellen auch mit einem Christian Eichner eine Etage tiefer wieder einen Rückkehr an zu streben das andere Thema Sie haben recht diese fünf Wechsel fand ich sehr spannend ich fand es auch sehr gut von der DFL dass man sowas gemacht hat gerade Vereine wie wir haben davon profitiert dass man einfach einerseits mehr Spieler wechseln kann aufgrund der Belastung auf der anderen Seite auch für uns mal jüngeren Spielern auch dann doch die Gelegenheit zu geben in den Schlussminuten ja nochmal ihre Klasse unter Beweis zu stellen ob das jetzt ein Zukunftsmodell ist dass die DFL sagt wir behalten das bei glaube ich nicht es war auch jetzt schon in der Umfrage was in der Verlängerung dieser Saison beibehält gab es vier und wieder ich glaube nicht dass die DFL auch wenn sie einen Antrag stellen würden kann ich mir nicht vorstellen dass das für die kommende Saison noch gilt ich gehe davon aus dass wir wieder auf drei Einwechselspieler zurückkehren schade ja dann sehr gerne wir machen weiter mit Markus Alferi ja hallo guten Abend ich wollte einfach nur mal kurz zum Philipp Ochmann nachfragen er hatte ja geäußert dass dass er einfach nur möchte dass ihm was angeboten wird und es ist einfach jetzt die Frage ob da jetzt dann in den nächsten Wochen dann genau auf diesen Wunsch eingegangen wird also die Äußerung glaube ich da wurde etwas falsch interpretiert nochmals in vielen Gesprächen mit dem Philipp und auch mit seiner Agentur ist es so dass sich der Philipp hier in Karlsruhe sehr sehr wohl fühlt wie eigentlich noch nie bei einem Verein wo er vorher war ob das in Schalke war ob das in Brentford war ob das in Fürth war oder Braunschweig Philipp Hoffmann hat hier in Karlsruhe eine richtige Heimat gefunden das muss man mal ganz klar sagen das hat er auch glaube ich geäußert und ja Philipp kann sich schon einen Verbleib vorstellen aber da gibt es auch die andere Seite wenn natürlich ein Verein kommt der womöglich in der ersten Bundesliga spielt oder vielleicht sogar auch als ambitionierter Zweitligist der andere Möglichkeiten hat wie wir auch das Ziel Bundesliga Aufstieg hat dann kann er sich natürlich auch einen Wechsel vorstellen also es liegt jetzt nicht daran ob wir mit ihm jetzt ob wir jetzt ihm ein Vertragsangebot vorgelegt haben sondern es ist eine Grundsatzentscheidung von ihm aber nochmal ich habe es eingangs erwähnt unser Ziel ist es natürlich trotzdem Philipp hier in Karlsruhe zu halten bestenfalls über sein Vertragsjahr hinaus jetzt müssen wir mal schauen was die nächsten Tage und Wochen so passiert wenn es relativ ruhig bleibt dann wird es schon so sein dass wir mit Philipp mal etwas tiefer reingehen und ihm mal ja schon ein Angebot vorlegen um ja die Möglichkeit festzuhalten dass er wieder in Karlsruhe bleibt aber wie gesagt das werden wir die nächsten Tage und Wochen zeigen alles vielen Dank sehr gerne ja hallo erstmal von mir auch großen Dank für die tolle Arbeit der sportliche Bereich wurde ja bereits einige Male genannt und die Aussage von Herrn Kreuzer freut mich natürlich dass man da mit dem erweiterten Trainerteam ein langfristiges Konzept umsetzen will aber die tolle Arbeit betrifft ja alle Felder also ich denke an die vielen frischen Ideen im Marketing zuletzt zum Beispiel mit dem Sondertrikot die Social Media Aktivitäten da freue ich mich persönlich schon auf die nächsten YouTube Videos der kommenden Testspiele oder den Newsletter auch die fortschreitende Digitalisierung und eine durch und durch positive Außendarstellung von daher großes Dankeschön wirklich auch an die Verantwortlichen die hier vor Ort sind ich habe eine Frage zum neuen Format Heimspiel Live das ja von unserem Stadionsprecher Martin Wacker betrieben wird welches aus meiner Sicht wirklich toll die Zeit zum Anpfiff in einer frischen Art überbrückt hat gibt es zum einen Zahlen wie das Format angenommen wurde und eventuell auch Pläne das Format auch nach Corona weiterzuführen eventuell dann ja für Auswärtsspiele da wir bei den Heimspielen ja hoffentlich bald wieder auch persönlich im Stadion teilnehmen können Ja Herr Zaske zunächst mal vielen vielen Dank für für die netten Worte das freut uns natürlich dass es auch in der Form außen ankommt wir wachsen ja hier auch versuchen mitzuwachsen mit den Herausforderungen auch der in der Geschäftsstelle in der Verwaltung Sie können sich sicher sein es kommt auch noch einiges in der nächsten Saison also gerade auch zum Trainingsauftrag planen wir schon was und man hat natürlich dadurch die digitalen Möglichkeiten einfach viel mehr Dinge die man umsetzen kann das Thema Heimatspiel live war ja mal so ein Testballon jetzt in der in der Rückrunde mit den Folgen bei den Heimspielen die Zugriffszahlen lagen so bei 30.000 bis 40.000 pro Folge was schon sehr hoch ist muss man ganz klar sagen das konnten wir auch dann gut vermarkten letztendlich die ganze Nummer und können dieses Geld natürlich jetzt auch wieder zum Teil reinvestieren in eben neue Formate in neue Möglichkeiten und in diesem Zug ist es auch geplant diesen Heimat-Talk in einer anderen Form in der nächsten Saison fortzuführen ob das jetzt bei Auswärtsspielen ist oder vielleicht auch einen Donnerstagabend und man geht dann vielleicht eher in Konkurrenz zum klassischen Fernsehen bekommen das Programm ist noch nicht ganz klar vielleicht machen wir auch einfach mal eine Pilotfolge aber wir wollen auf jeden Fall diesen Weg beibehalten und die eigene Kommunikation massiv verstärken der Herr Kornprobst mit seiner Abteilung ist da am Wachsen und ist da an vielen Themen dran und da kommt noch einiges was die nächste Saison angeht auch sehr bald schon zum Trainingsauftakt dann und da sollen dann auch diverse Formate nochmal entstehen und glaube ich war ein gutes Format das Heimat-Talk und war auch noch für Super vielen lieben Dank da freue ich mich natürlich schon drauf danke wir machen nochmal weiter mit einer Frage im Chat aufgrund einer Mikrofonstörung bittet Jens da um die Frage vorzulesen ich lese mir vor gibt es Neuigkeiten hinsichtlich des 2020 anvisierten Einstiegs der Lloyd Stiftung bei den KSC Damen konnten hier durch Synergien für die Vision Wildpark geschaffen werden oder sind Männer und Frauenplätze getrennt Ja also wir haben ja mit der mit der Firma Lloyds waren wir in Gesprächen das ist korrekt oder mit der Stiftung Lloyds das ging es ja darum insbesondere um eine Kooperation mit der KSC Damenabteilung wir haben die Gespräche geführt und haben dann aber gemeinsam entschlossen dass wir von einer Kooperation absehen möchten das hat verschiedene Gründe dann auch gehabt nichtsdestotrotz versuchen wir eben dann auch die Damenabteilung mit anderen Möglichkeiten neue Sponsoren oder auch eine neue Infrastruktur dann weiter zu fördern Holger wenn du magst gerne noch erläutern oder ergänzen von deiner Seite auch Ja gerne vielleicht so viel noch in Ergänzung ich glaube man muss sich nur die Gesellschaft anschauen um zu erkennen dass einfach die Gleichbehandlung von Männern und Frauen natürlich auch im Fußball sehr wichtig ist und wenn wir als KSC den Anspruch haben dass wir zur Gesellschaft gehören und das wollen wir auf jeden Fall dann gehört einfach dazu dass wir die Sparten in unserem Club und unter anderem auch die Frauenabteilung weiter unterstützen und wir haben das glaube ich die letzten zwölf Monate allein schon daran gezeigt dass wir einfach diesen Sportlerinnen auf unseren Formaten digitalen Formaten eine ganz andere Plattform geboten haben und wir versprechen uns davon natürlich auch eine Erhöhung unseres Sponsorings eine Erhöhung der Möglichkeiten idealerweise auch dass dann die Frauen die Chance noch haben die zweite Bündnis wieder aufzusteigen damit ist die Frage auch beantwortet wir haben im Chat noch eine und zwei digitale Hände wenn der Blick auf die Uhr geht kurz vor acht würde ich sagen dann machen wir jeweils die drei Fragen noch und dann lassen wir den Abend ausklingen Frage im Chat war noch bezüglich Ingo Wellenreuther ob der ehemalige Präsident im KSC noch verbunden ist oder ob er sich komplett zurückgezogen hat kann auch am besten vielleicht nicht beantworten also natürlich ist es für ihn nicht schön gewesen vor zwölf Monaten auf diese Art und Weise aus dem Verein auszuscheiden zumal dann auch die Corona-Situation im Nachhinein einfach nicht die Gelegenheit geboten hat das dann bei einer Mitgliederversammlung auch wieder eine gebührende Form in der Verabschiedung mit ihm zu lassen ich habe ihn bei dem persönlich zweimal getroffen und kann sagen dass seine Verbindung also das heißt das Mitfieber mit unserer Mannschaft unverändert ist und meine Einschätzung die ist dass er wie alle anderen Präsidenten vor ihm mit der gleichen Herzlichkeit und der gleichen Verbundenheit wie beim KSC sein wird Dann nochmal Herr Reinbrüer bitte Ich habe auch eine ganz kurze Frage nur zum Parken wird es Lademöglichkeiten geben egal Parkhaus oder irgendein Parkplatz ist eine sehr interessante Frage die wir uns natürlich auch wünschen also wir im Rahmen unserer Dachmarke KSC tut gut geht es ja insbesondere auch um die Säule Umwelt wo wir jetzt ja schon einige Maßnahmen gemacht haben vielleicht hat der ein oder andere ja schon den KSC Elektro I3 gesehen der durch Karlsruhe fährt wir haben uns dann ja so eine kleine Ladestation installiert wir sind ja in Gesprächen mit der Stadt wünschen uns das natürlich dass es da eine Lösung gibt aber derzeit noch keine finale Planung wie das aussehen soll wir haben ja aber auch die Stadtwerke und die EnBW als große Partner noch hier und mit allen dreien versuchen wir da auf jeden Fall eine Lösung hinzubekommen und ich denke wenn man 2022 oder 2023 ein Stadion eröffnet dann sollte das schon auch dementsprechend ausgestattet sein dass man sein Fahrzeug da laden kann zumal man natürlich ja auch mit PV und sowas gerade im Parkhaus kann man das ja wirklich ideal dann wieder miteinander verknüpfen und das ist schon auch von uns wollen wir da auf jeden Fall eine Lösung dafür oder ein Angebot und dann haben wir abschließend nochmal Marco Lotzig mit der letzten Frage des Abends Dankeschön nochmal meine Frage an Herrn Sigmund Schulze beziehungsweise Herr Becker basiert auf einer Dokumentation die vor circa sechs Wochen veröffentlicht wurde und zwar wurde dort recherchiert dass im Jugendnachwuchsbereich vor allem im Grundlagenbereich und im Aufbaubereich es wohl in der Branche derzeit gang und gäbe ist dass Jugendtrainer mit 450 Euro bezahlt werden unter anderem auch bei einem großen bayerischen Fußballverein und dass aufgrund der Zeit die die Trainer investieren hier nach den Recherchen ganz klar gegen Mindestlohngesetze und auch gegen Sozialstandards verstoßen wird zwei Fragen dazu Frage eins wie finden Sie so ein Verhalten von sportlichen Wettbewerbern und Frage Nummer zwei wie verhält sich der KSC in diesem Zusammenhang Also Sie meinen die Dokumentation die im Rahmen der Sportschau da gibt es ein eigenes Format für Fußballdokumentationen erschienen ist und müssen auch den Verein jetzt nicht nennen um den es hauptsächlich ging aber das war ein Verein der gerade einen sehr neuen eigenen Campus eröffnet hat und an diesen Beispielen wurde das gezeigt das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht bewerten wollen weil wir die Inhalte und Details nicht kennen auch wenn sie dort in dieser Dokumentation wiedergegeben wurden aber Sie können sicher sein dass wir uns dass wir uns daran halten an arbeitsrechtliche Vorschriften und dass wir das nicht tun dennoch ist es so da weiß der Michael Becker im Detail genauer Bescheid dass natürlich auch bei uns nicht jeder eine hauptamtliche Tätigkeit hat auch gerade nicht in der Akademie und dass wir das genau differenzieren müssen wer hat eine hauptamtliche Tätigkeit wer ist beispielsweise vom KIT bei uns im Rahmen seiner studentischen Tätigkeit da beziehungsweise wer hat einfach auch einen Medijob das gibt es auch allerdings immer im Rahmen der vorhandenen Regeln also kann ich vielleicht nur ergänzen ich sage mal da sind wir schon sehr geradlinig unterwegs wir haben ja hier ein bisschen die Besonderheit dass es zwei Gesellschaften sind das muss man noch bedenken wir haben ja alles unterhalb der U17 ist ja im EV angesiedelt die U17 und U19 dann im im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und da ist es auch so dass natürlich da viel auch nicht mit Medijob passiert sondern mit Aufwandsentschädigungen weil wir uns hier im ideellen Bereich befinden U12, U13 das ist absolut ideeller Bereich und so wird es dann eben geändert dann auch Dankeschön ja dann Fragen beantwortet sogar alle Fragen beantwortet in der Zeit die wir uns vorgestellt haben uns bleibt zu sagen vielen Dank für die Teilnahme ich glaube auch in Zukunft das Format kann sich etablieren so einen Steilpass können wir öfter spielen und wollen wir öfter spielen vielen Dank für die Teilnahme und bis bald hoffentlich wieder mit Ihnen und euch allen im Stadion mitgehebt und euch allen im Stadion mit einem 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 Stad